Aloha, ich grüße euch. Hello, hello. Hello, hello, hello. Ich mache gerade noch die Emissary-Quests. Und dann kümmern wir uns um was anderes. Es gibt irgendwie neue Quests, ne? Ich habe eins gemacht, was eigentlich jetzt nicht wirklich eine Quest war, wo es einen Mount gab, wo ich nach Nighthold musste. Ach ne, bei Mount sollte ich gucken. Hier das Arcanist Mana-Saver. Nicht, dass das jetzt besonders schön wäre, aber es passt zur Verkleidung. So. I am ready. Something shady. Das ist doch hier... Wie heißt das? Shadefruit. Mmh, 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 mmh. Something shady. Shadefruit. Something shady. Something shady. Lass mich raten. Something shady. Floral. Floral. Äh... Was ist denn hier Floral? Das ist das einzige, was noch übrig bleibt, oder? Ja. Silver. Jasmin. Something shady. Moistjar. Prima. Und dann machen wir die noch und dann können wir zurückgehen. Sansan, danke für den Sub. Für den Resub. Oh. Hast du mich glatt aufgedeckt. Hm, hm, hm. Weiß jemand, ähm, gehört diese Questreihe schon für 7.2? Wo man diesen Mana-Säbler bekommt? Ah, ich doofkopf. Reicht glaube ich doch noch. Hm, hm, hm. Ah, du. Tüdelü! Oh, ist der so wild, dass wir hier so eine größe Gruppe brauchen? Er ist vor allen Dingen schon tot. Hm. ist die Endquest der Suramar Kampagne aber ich habe halt in Suramar überhaupt nichts gemacht und plötzlich hatte ich heute diese Quest oder habe ich die einfach nur vermutlich aber es gab heute eine neue Quest in der Klassenorderhalle, da können wir gleich hin zurück gestern Abend habe ich Bayern gegen Lotte geschaut äh Bayern, Dortmund gegen Lotte bzw. Lotte gegen Dortmund war jetzt nicht so spannend in der Zeit die ich zugeschaut habe und dann musste ich mit dem Hund raus kam zurück und stand 2-0 0-2 ok, der Typ ist doch kein Raid-Boss aber er kann halt in Raid-Gruppen gemacht werden habt ihr schon gesehen, dass die Legendaries gebufft werden gibt es echt ein paar nette Buffs dabei ich habe die Tage außerhalb des Streams habe ich im weiß ich gar nicht, ob ich im LFR glaube ich habe ich einen Legendary bekommen und das sind die Armschienen gewesen die, wenn man über 75% HP ist 15% mehr Haste auf Smite und Heal hat und ich glaube Prayer auf Healing und die werden gebufft da kommt auch Flash Heal noch mit rein und 15% mehr Haste auf Flash Heal bei, und auch das wird gebufft über 50% Entschuldigung, über 50% HP ist richtig nice das ist richtig, richtig gut und somit sind ein paar Armschienen die ich jetzt zufällig die Woche gerade bekommen habe durchaus wert getragen zu werden ich würde sogar überlegen, ob ich meinen Umhang dafür ablege bei Dortmunds Losglück bekommen sie Lester in der Champions League zugelost ja, ich glaube also einige unterschätzen sehr stark wie gut Benfica ist oder sein kann sagen wir es so diese Kack 840er Items was müsst ihr solbern? kann es kaputt gemacht werden kann es kaputt gemacht werden kann es kaputt gemacht werden und dann gehen wir zurück nach wir haben hier eigentlich noch eine Quest offen äh, wo ist die denn? wo ist die denn? Touch of a Titan ach nee, Quatsch das ist eine andere damit kann ich aber meinen Ring äh, meinen Ring mein Dings upgraden Umhang auch wenn ich den also möglicherweise gar nicht mehr tragen werde für Progress ist der gut für alles andere ist der halt gar nicht mal zwingend so gut und im Moment mache ich ja keinen Progress ich gräle den trotzdem ab äh, Moment, wo bist du? du bist in dieser Schmiede drin nee, wo bist du? da bist du Touch of a Titan Destilled Essence nehmen wir direkt wieder an aber im Moment brauchen wir gleich glaube ich nichts mehr upgraden wir könnten auch nur gerne uns Foresight upgraden das wird auch gebufft ähm Destilled Essence Moment, tragen wir 896 wenn wir das upgraden 897 898 sogar hey, dafür dass wir seit Wochen nicht mehr richtig geradet haben ist das gar nicht immer so wenig so jetzt gehen wir zurück in unsere Class Order Hall denn dort ist eine Mission fertig und somit könnten wir eine neue Mission losschicken so Team ist fertig zweimal Blatt of Sargerath bekommen und das hier ist eine neue, Menace to the Broken Shore. Und ich weiß nicht, wozu die gehört. Das heißt, dass es zu einer Quest gehört, glaube ich, oder heißt das sogar, dass es zu einer Legendary Quest gehört? Und was passiert hier eigentlich, wenn wir die nicht schaffen würden, die Mission? Egal, wir haben diese Teile hier und damit können wir die Missionschance auf 100% bringen. Beziehungsweise über 100%. Und sie ist fertig in 3 Stunden 59. 14 Uhr, da sind wir sogar noch am Streamen, wenn alles so läuft wie üblich. Ich habe keine Ahnung, was dann als nächstes kommt, aber das werden wir vielleicht noch sehen. Die Kampagne, den Auftakt. So, was ist das? Ach, das ist nur die Artefakt für Shadow, das uns nicht wirklich interessiert. Jetzt haben wir hier erstmal alles Wichtige gemacht. Wir haben unsere zwei Emissary Chests geholt, wobei wir einmal verpeilt haben, die 50 hier Touch of a Titan nochmal mitzumachen, aber das ist nicht schlimm. Wir haben eigentlich im Moment alles upgradeet, was wir wollen. Die wichtigsten Items zumindest, die Schuhe nicht. Also die Schuhe haben wir halt irgendwann schon mal bekommen und denen traue ich eigentlich auch einiges zu. Die werden gebufft, die kriegen ungefähr 600 irgendwas Crit Rating dazu im nächsten Patch. Und werden gebufft, das glaube ich, sie schneller triggern oder aber... Entweder triggern die schneller oder der Buff hält... Nee, der Buff hält kürzer, die triggern schneller und der Buff hält kürzer, 4 Sekunden. Jetzt bitten wir uns den Core Content Auktionshaus. Oh, ich muss mal gucken, ob ich... Obwohl, das wird nicht klappen. Ich würde eigentlich ganz gerne heute Abend mal wieder beim Raid teilnehmen. Aber das wird wohl vermutlich zeitlich wieder nicht klappen. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendwo im Laufe der Woche einen HC Farmrun, wo ich mich einzecken kann. WoW-Wirtschaftssimulator 2017. WoW war auch schon 2006 ein Wirtschaftssimulator. Wenn man es denn wollte. WoW-Wirtschaftssimulator 2017. WoW-Wirtschaftssimulator 2017. Ich muss echt die Woche gucken, dass ich irgendwie in ein Raid komme. Ich habe jetzt zwei Wochen lang keinen HC-Raid gemacht. Zwei IDs lang oder sogar drei. Ich könnte halt schon, glaube ich, ohne weiteres mein Set komplett haben. Ich weiß halt nicht, wie es bei uns in der Gilde aussieht. Das Problem ist natürlich immer, da ich nicht im Moment im Mythic Raid teilnehme, dass andere Leute die Tokens halt bekommen, um vielleicht mit Glück irgendeinen Warforged Roll zu machen. Und ich weiß nicht, wie das bei uns gehandhabt wird. Ob Leute diesen Roll auch dann machen können. Also immer. Ich meine, man kann im Prinzip nahezu immer ein Upgrade bekommen in der Theorie. Wenn das so wäre, könnte ich nur bei Bonus Rolls mein Set zusammenkriegen. Aber von denen habe ich auch eine Menge. Also auf die Dauer würde es bestimmt auch gehen. Und das blöde Trinket, was ich habe. Ich habe so ein Trinket mit 98er Item Level, mit viel Int drauf, aus Nighthold. Das mit relativ wenigen Procs pro Minute, irgendwie so 1,2 glaube ich, ist basic. Wenn man eine Chance gibt, dass eine Heilung kein Mana kostet, sondern Mana wiederherstellt. Das Problem ist halt, in dem Text steht Heal. Und das meint tatsächlich nur den Spell Heal vom Priest. Und den benutzt man halt nicht wirklich oft. Und ansonsten, ich dachte, das ist gar nicht so schlecht. Bis ich festgestellt habe, oh, du benutzt eigentlich gar keinen Spell, der das triggert. Normalerweise. Und Dennis, genau, Reload UI, damit der Briefkasten neu gefüllt wird. Sonst musst du halt immer warten, bis der automatisch neu geladen wird. Und über UI neu laden geht es halt instant. Also diese gesamte Mechanik von 50 Items im Briefkasten, zwei Items pro Sekunde rausnehmen können und eine Minute warten, ist halt echt. Das ist eine Technik, über die hätte man sich selbst 1990 schon geärgert. Aber es ist halt immer noch im Spiel. Das ist auch, glaube ich, das größte Hindernis bei irgendwelchen Dingen, die man im AHA machen will. Die Zeit, die das braucht. Wenn ich auf allen meinen Charakteren, mit denen ich üblicherweise im AHA handele, eine Runde kaufe, einkaufe, äh, Entschuldigung, kaufe, verkaufe, Briefkasten leere und wieder rein stelle, bin ich halt, wenn das mit allen Items der Fall wäre, wäre ich bestimmt 6-7 Stunden beschäftigt, für etwas, das in der Theorie keine 10 Minuten dauern müsste. Das ist wirklich Wahnsinn, das ist extrem nervig. Man kann natürlich insofern ein bisschen tricksen, als dass man das auf zwei Accounts macht. Dass man halt auf einem Account spielt, während man auf dem anderen den Briefkasten leert oder das AHA scannt oder so ein Kram macht. Machen auch einige. Und mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so abwegig, denn wenn man viel Geschäfte im AHA macht, kann man sich eigentlich einen zweiten Account alleine durch das Gold, das man dadurch macht, finanzieren. Ich habe auch einen zweiten Account, der ist, glaube ich, sogar abgegradet, muss ich mal nachgucken, auf, ähm, Legion, aber im Moment nicht aktiv. In der Theorie könnte ich den aktivieren und könnte mir einfach einen Bankchar auf den Servern machen. Und wir könnten eigentlich auch mal wieder irgendwann im Laufe der Woche ein paar, ähm, Mythic-Plus-Runs machen. Ich habe keine Ahnung, was die Woche für Affixe sind. Ich habe auch keinen Key, mit dem ich das sehen könnte. Und Affixe werden ja in 7.2 auch geändert. Overflowing kommt raus und etliche andere kommen dazu. Und, äh, Skittish wird ein bisschen genervt. Die Agro-Reduktion wird von 75 auf, wird die von 75 auf 70 geändert oder von 80 auf 75? Ich glaube von 80% auf 75%. Was bedeuten würde, dass ein Tank 25% mehr Agro macht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Necrotic Enraging, oder Enraging heißt das, ne? Und Fortified Raging ist das, dass die Viecher bei Low-HP doppelten Schaden machen, ne? Ich finde das so lustig, dass für die meisten, die meisten sagen halt, Skittish wäre so fürchterlich. Und ich finde Skittish halt total harmlos. Also nicht total harmlos, aber von den Affixen, die es so gibt, finde ich es noch mit am angenehmsten. Was, glaube ich, daran liegt, dass Skittish die einzige Affix ist, bei der die Dees irgendwas beachten müssen. Und es ist dann offenbar zu viel verlangt. Na, ist nicht die einzige Volcanic auch. Na gut, es gibt schon mehr. Ich gebe es dir zu. Wie ich über die Dees lässt? Wie ich über die Dees lässt? Da zurecht. Ah, schon. Aul. Ich habe gestern wieder Kommentare gelesen, da ging es um Halls of Valor. Und du hast halt immer jemanden, der schreibt, dass die in Suns Nights total easy sind. So natürlich auch zu Halls of Valor. Was ich immer sehr lustig finde. Mir fallen nicht viele ein, die ich persönlich schwerer finde als Halls of Valor. Obwohl, naja, was heißt schwerer? Also der Timer ist in Ordnung, aber es gibt halt ein paar Affix-Kombinationen, die Halls of Valor sehr, sehr ekelhaft machen. Volcanic erstaunlicherweise wegen dieses blöden Stunts, der nicht dispelbar ist. Aber auch da wird ja in 7.2 was geändert, dass in Abhängigkeit der Länge eines Mythic-Plus-Dungeons es mehr Artefakt-Power gibt, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn die jetzt noch daran schrauben würden, dass der Pity-Timer-Bonus stärker ist für die längeren Instanzen, wäre das noch cooler. Natharian's Lair mit Teaming, und ja, die kann auch unangenehm sein. Wobei, bei Natharian's Lair ist es halt so, wenn die Leute grundsätzlich verstehen, dass die einen Viecher nur zurückhüpfen, wenn man sie im Target hat und verstehen, dass man Avalanche dodgen kann, dann wird Natharian's Lair um einiges einfacher. Die Bosse selber in Natharian's Lair sind mit das angenehmste, was es gibt. Was ekelhaft sind, sind halt die Gruppen mit den Peltern und die Skorpion-Gruppen können ziemlich fies sein. Zwei Worldquests in Felsoul Hold und zwei in Surama City. Genau das habe ich mir heute auch gedacht. Und ich habe natürlich wieder nicht genügend Ancient Mana gehabt für die eine Dings, die 400 Ancient Mana. Tschüss. Die springen nur durch Autohits zurück. Also springen die sogar nur bei Meleys zurück, wenn man die im Target hat. und natürlich in Mele-Reichweite steht. Ob du genug hast, 485. Sonst kauft ihr halt immer die Dinger hier, die Ancient Mana Crystals. Wobei, naja, von denen acht Stück kaufen. Was? Kein Progress Raiden mehr für dich? Warum? Was ist los? Raid aufgelöst? Oder bist du zu schwach gepatcht worden, um noch mitraiden zu dürfen? Ach ja, jetzt wird gefiebt. Jetzt taucht von links der Kopf eines kleinen Hundes an meinem Stuhl auf. Und sie legt ihre Pfoten auf meine Armlehne. Oh, schon aufgegeben. Schon ins Körbchen gelaufen. Ach, jetzt wird von der anderen Seite gefiebt. Ach ja. Ist so schlimm, wenn man nicht auf den Arm darf, ne? Kleiner Hund. Och, Poppy. Als wenn sie wüsste, wenn ich den Stream anhabe. Ob es mehr Infos gibt, was die Quest aus der Ordenshalle bringt? Ach, bestimmt irgendwo. Irgendwo schreiben doch immer alle Leute, die alles auf der Beta durchgespielt haben, zusammen, was es überall gibt. Und ich lese es mir nie durch. Und jetzt wird Poppy wieder zu Holly ins Körbchen. Gleich wird ihr den Knurren hören. In ungefähr 20 Sekunden. Sie schleicht sich gerade ans Körbchen an. Jetzt hat sie eine Pfote im Körbchen. Holly ist aufgewacht. Holly. Poppy ist nicht so derjenige, der persönlichen Freiraum kennt. Das ist so wie die Leute, die wenn du irgendwo in der Cafeteria oder so sitzt, alle Tische sind frei. Du sitzt alleine an einem Tisch und einer setzt sich zu dir. Das ist Poppy. Toll. Na, was hast du jetzt hingekriegt, Poppy? Jetzt sitzt du im Körbchen und Holly ist rausgesprungen. Jetzt ist Holly rausgesprungen und setzt sich ins andere Körbchen und Poppy stellt fest, Holly sitzt jetzt im anderen Körbchen. Jetzt möchte ich da rein und kuscheln. Dieser Hund. Und... Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Balo, weißt du, was gleich hier ankommt? Ne, das weiß ich nicht. Ein Klavier. Ein Pony. Ein Einhornpony? Gibt es Einhornpony? Fängt mit P an, Penis. Protonenkanonen. Das Protektorat. Perma-Bands. Und hört mit Uschen auf. Pushten. Nice. P-Met und Brötchen. Ich habe gestern Frikadellen gemacht und ich habe vergessen, in die Frikadellen Senf reinzutun. Die waren trotzdem gut, aber ich war von mir selbst enttäuscht. Dafür hat Carla einen Ein-Kilo-Topf Bautzener Senf mitgebracht. Wir haben morgen früh um acht für dich zur Bürgerberatung. Was willst du denn mit einem acht bei der Bürgerberatung? Was bei mir sonst noch so rankommt an die Frikadellen? Du hast noch nicht gehört, dass man Senf in Frikadellen reintut? Echt nicht? Also für 500 Gramm Hack, gemischtes Hack, halb-halb, kommt je nach Größe eine Zwiebel rein. Dann habe ich frische Petersilie reingeschnitten. Ein Ei. Ein bisschen Semmelbrösel oder ein aufgeweichtes Brötchen. Ähm. Ein gestrichener Teelöffel Salz. Und ein gestrichener Teelöffel Pfeffer. Können auch noch Paprika reintun. Kann viele andere Sachen noch reintun. Aber das ist so ungefähr mein Grundrezept. Das kann wirklich jeder Trottel machen. Ich weiß, viele von euch haben vermutlich noch nie was richtiges gekocht. Außer vielleicht irgendwie so Fertignudelgerichte oder so. Hm. Ob ich den Trainerposten bei Arminia übernehmen will? Ich weiß nicht. Meinst du, da hat man was zu gewinnen? Auf dem letzten Tabellenplatz? Fünf Minuten Terrin- und Tiefkühlpizza. Genau. Pommes holen ist auch kochen. Das ist schon fast ein T-Shirt-Spruch. Meine Interviews nach dem Spiel wären es schon wert. Du, ich glaube, ich wäre ein ganz bissiger Trainer nach Spielen. Ich glaube, ich wäre so jemand so in Richtung Kloppo, wenn es schlecht läuft. Oder Matthias Sammer. Nicht ganz van Rahl. Also so schlimm wie van Rahl wäre ich sicherlich nicht. Aber wer ist denn noch so in die Richtung? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Genau, dass das beim FM immer geklappt hat. Ich glaube, ich hätte halt eine sehr, sehr niedrige Austick-Schwelle bei dummen Fragen. Ich würde schon mal gucken. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Hmm, 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 hmm. Genau, Herr Zahl, Ihr Team hat heute leider verloren. Wohin hat es gelegen, dass der Gegner mehr Tore gemacht hat als wir. Ich weiß, es ist eine Mechanik, die nicht sehr intuitiv ist und die vielen Sportjournalisten nicht einleuchtet, aber der Sieg geht fast immer an das Team, das mehr Tore geschossen hat. Nächste Frage, wie fühlt man sich nach dieser Niederlage? Ausgelaugt und traurig. Möchten Sie uns trösten? Können gerne in unser Vereinsheim kommen. Gehen Sie schon mal vor, wir kommen dann nach. Du hast gehört, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Menschen. Es gibt tatsächlich viel, viel weniger dumme Fragen, als manche Leute sich denken. Und es gibt viel weniger dumme Menschen, als manche Leute sich denken. Herr Zahl, Ihr Team lag zu Pausen mit zwei Toren hinten. Was sagen Sie dazu? Das ist richtig. Zum Glück gibt es in vielen Stadien Anzeigetafeln, sodass ich diese Information in Echtzeit verfolgen konnte. Togel hat gestern in Echt nach Wolfsburg-Joker gezogen. Nicht alle Menschen, die sich dumm anstellen, sind auch generell dumm. Nein, ich glaube, Leute sind unglaublich schnell damit, andere als dumm zu bezeichnen, für Dinge, die nicht dumm sind. Also zum Beispiel Unwissenheit in bestimmten Dingen, die nicht notwendig sind, für alle Menschen zu wissen. Aber hier bei den Trainerfragen, mich würden viel mehr so Fragen auf die Palme bringen, wie Wollte Ihr Team den Sieg heute nicht? Und was gibt es denn noch für so super Scheiß-Phrasen? Es fehlt die Konstanz. Aber das ist keine Frage, das ist eine Aussage, aber Es gibt Sachen, da hört es auf, die Erde ist keine Scheibe. Okay, klar. Das ist aber auch keine Dummheit, weil die Leute ja vermutlich nicht noch nie gehört haben, dass die Erde rund ist, sondern anzweifeln, dass die rund ist. Das ist ja dann so diese Richtung Verschwörungstheoretiker. Und das ist für mich halt, also das sind Leute, mit denen ich gar nicht klarkomme. Und die Standarddiskussion ist immer, dass sie natürlich nicht Verschwörungstheoretiker genannt werden wollen. Denn an ihrer Theorie ist ja was dran, an den Reptiloiden, oder daran, dass es keinen Klimawandel gibt. So früh schon am Start. Och, geht eigentlich. Dann haben wir angefangen so um 10 ungefähr. So zwischen 9 und 10 haben wir eigentlich, glaube ich, die letzte Woche und dann diese Woche immer gemacht. Oder hier Dummheit, wenn es darum geht, irgendwie sich Viren oder sonst was auf dem Computer zuzuziehen, wo ich gerade sehe Virus.jpg. Ich denke immer noch daran an die Zeit, auch das habe ich schon häufiger erzählt, aber wo ich beinahe darauf reingefallen wäre, auf eine Fake Armory Seite. Diese Fake Armory Seite ist damals, wenn man nach World of Warcraft Armory gesucht hat, Platz 1 der Suchtreffer gewesen, aber Platz 1 der bezahlten Suchtreffer. Also sie war nicht wirklich Platz 1 der Suche, tauchte aber ganz oben auf. Wenn du das Ding angeklickt hast, kam eine Seite, die exakt aussah wie das World of Warcraft Armory. Und wenn du nach irgendwas gesucht hast, hat der nach der Suche oder für die Suche dein Login erfordert. Und das hat mich gewundert. Ich dachte, Moment mal, normalerweise muss ich, also normalerweise, klar kann ich mich da einloggen und für manche Sachen muss ich mich einloggen, aber für eine Suche, um ein Charakterprofil anzusehen, muss ich mich doch nicht einloggen. Und dann habe ich erst auf die Adresszeile geguckt und festgestellt, okay, das ist nicht die Original Armory. Ansonsten wäre ich meine Accountdaten los gewesen, ohne überhaupt zu wissen, warum, weil es mir nicht aufgefallen wäre. Wenn die Welt rund wäre, warum fallen die Menschen in Südafrika dann nicht runter? Genau. Phishing-Mails bei PayPal und bei allen anderen halt auch, klar. Bestätigen Sie Ihre Accountinformationen. Wichtige Änderungen der Nutzungsbedingungen und so. Ich glaube, ich habe jeden Monat zwei Mails von PayPal, wo drinsteht, bitte bestätigen Sie Ihre Accountdaten oder neue Nutzungsbedingungen und so weiter und so fort. Also Leute sind unglaublich schnell damit, andere als dumm zu bezeichnen. Das merkt ihr irgendwie auch in W.O.W. ja ständig. Wie kann man nur so dumm sein, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendwas, was überhaupt nichts mit Dummheit zu tun hat in den meisten Fällen. Aber Leute neigen halt auch allgemein und das gilt für jeden von uns dazu, andere schlechter zu machen, um sich damit quasi selbst besser zu machen. Ein 300 Euro Amazon-Gutschein aus einem Gewinnspiel, an dem ich nicht teilgenommen habe. Ein 300 Euro Amazon-Gutschein aus einem Gewinnspiel, genau, irgendwo sitzt jetzt ein namibischer Prinz, der ist auf dem ganzen Geld fest, was er nicht verschenken konnte. Richtig. Das Lustige ist auch, wenn man eindeutig sieht, woher die Leute die entsprechende E-Mail-Adresse haben, weil man irgendwo einen Fake-Account angelegt hat und nennt sich da Peter Penisnase und dann kommt diese Mail, wo drin steht, Oh, ihr Onkel, der, der Garnache-Prinz-Penisnase ist gestorben und sie haben geerbt. Phishing-Mail. Kennt jemand den TED-Talk zu dem Typen, der auf solche E-Mails geantwortet hat? Ich kannte mal irgendwie so eine Website von dem Typen, der auf diese ganzen Phishing-Mails halt geantwortet hat und die Scammer halt zu allen möglichen Dingen bewegt hat, irgendwelche albernen Fotos zu machen, wo sie sich Schuhe auf den Kopf setzen und so ein Kram halt. Hallo. Peter, danke für den Sub. Bei euch meint die Polizei, man möchte doch bitte solche Scam-Versuche weiterleiten an ihre Dienststelle. Ja, ist lieb gemeint, ne? Erstmal Peter-Penis-Nase-Kugel. Hallo, macht das Aha-Shopping eigentlich Spaß? Ich weiß, es macht gut Geld, aber es wird zu langweilig. Grundsätzlich ja. Also wäre das Aha nicht so langsam, wird es mehr Spaß machen, aber grundsätzlich ja. Wobei es jetzt nicht nur das Shoppen an sich ist, mehr so das Rumprobieren, welche Gegenstände funktionieren, welche Gegenstände funktionieren nicht, welche Preissettings, welche Tage und so weiter und so fort halt. Das ist halt, stell dir halt vor, du jetzt ein Spiel, das dir Spaß macht, aber die Ladezeiten werden lang. Dann stören dich zwar die Ladezeiten, aber das Spiel macht dir vermutlich trotzdem Spaß. Das ist also ein Trading-Simulator für mich. Nö, es ist einfach das Trading-Element des Spiels. Dein Freund ConnyTV hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Ich bin verwirrt von diesen Meldungen. Hallo Conny, falls du tatsächlich zusiehst. Eigentlich müssten Conny und ich und noch ein paar andere Leute immer mal so einen wöchentlichen Fußball-Stammtisch-Podcast machen. Der Conny kennt sich da auch sehr gut aus. Das heißt auch, Conny kennt sich da sehr gut aus. Es wurden heute Nacht Accounts gehackt, die dann irgendwas auf Türkisch gepostet haben. Oh Gott, ja, die Erdogan-Geschichte, ne? Am besten fand ich die Experten, die gegen Holland protestiert haben und die französische Flagge verbrannt. Yes. Yes. Oh, 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 oh. Noch besser fandst du die Experten, die gegen Holland protestiert haben, mit denen sie Orangen ausgeprässt haben. Ich dachte Käse geraspelt oder so. Genau, heute sind Walen in den Niederlanden. Okay, viel war nicht im Aha. Bin ich mal gespannt, ob ich heute was verkauft kriege. Wenn nicht viel im Aha ist, ist das eigentlich meistens ganz gut. Also ein ganz guter Indikator, gerade an dem Mittwoch, dass man ein bisschen was verkauft bekommt. Ob du mit deinem holländischen Nachnamen jetzt Angst haben musst? Oh, ich habe da auch einen holländischen Nachnamen. Da müssen wir beide Angst haben. Deiner ist auffälliger, Hollandisch. Du hast einen Fun. Könnte auch belgisch sein, ne? Die haben auch häufiger einen Fun, oder? Teil meiner holländischen Mannschaft hat auch einen Fun. Fun Dike. Als ob Erdogan weiß, dass Belgien nicht Holland ist. Das ist ein gutes Argument. Moment. Ja. Wenn man Frankreich und die Niederlande verwechselt, sind Niederlande und Belgien sowieso das Gleiche. Die Anhänger wussten scheinbar nicht, dass Frankreich in Holland unterschiedliche Staaten sind. Naja gut, also die haben halt die Flaggen verwechselt, genau wie die fantastisch großartige AfD die Flaggen von Tunesien und der Türkei verwechselt hat. Sind halt beide rot und es ist auf beiden ein Stern und ein Halbmond. Ist es auf beiden Stern und ein Halbmond? Ein Halbmond auf jeden Fall. Stern weiß ich nicht. Achso, und Hollande ist Präsident in Frankreich. Ist eher als dasselbe, ne? Ein Halbmond auf jeden Fall. Jesus. programsverbs. Joffrey. Du weißt sie sich nicht. Das hat ein Halbmond auf jeden Fall. Also darf ich auch immer dieren. Untertitelung des ZDF, 2020 So, also nach dem Spiel gestern haben wir Pokalhalbfinale Bayern gegen Dortmund. Sprich, im Halbfinale wird entschieden, wer Pokalsieger wird, oder? Vor allen Dingen ist es Bayern zu Hause auch noch, ne? Kurzum, Bayern wird Pokalsieger? Untertitelung des ZDF, 2020 Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, 5 Euro ins Phrasenschwein. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum ist meine Nightborne Disguise eigentlich in der Verkaufsgruppe drin? Egal. Huh? Successfully imported 0 items? What? What? Punktelung des ZDF, 2020 Okay? Das war's für heute. Also die Broken Shore Quest-Geschichte von heute gehört zu 7.2, richtig? Wie lange ist denn die noch? Wer ist denn da schon weiter? Wenn die gestern schon aufgetaucht ist, dann werden einige von euch ja den nächsten Schritt schon gemacht haben mit der Mission. War nur die Mission. Okay, gut. Ich muss mal gerade... Ach, jetzt habe ich das Ding zugemacht. Na, ist nicht schlimm, aber... Okay, das ist das. Das ist die Mission. Ecke of Time. Vatefaktblatt, der ist auch egal. Sechs Fragmente fehlen mir noch für die Illidan-Dings-Quest. Sechs Millionen an Auktionen habe ich im AH. 4.800 Items, alter Vater. Das ist dann doch um einiges hochgeschnellt. Verdammt. Ich wollte eigentlich mal wieder so unter 3.000 kommen. Oh, bei uns hat einer bekommen. Kill Jadens Burning Wish. Rockt das? Ich habe keine Ahnung. So, hier sind wir durch. Dann gehen wir doch mal auf... Leckend. Leckend. Eigentlich habe ich schon... Casten können, sind jetzt auch keine Katastrophe für Disci, denke ich mal. Wobei ich nicht weiß, ob die von Penance getriggert werden, dass man ohnehin im Laufen casten kann. Das wäre dann nicht ganz so gut. Obwohl, nee, Quatsch. Man kann ja vier Sekunden. Das ist ja nicht nur... Nur ein Spell. Das war ja die alte Wirkungsweise. Dann müsste ich eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen nur noch, ein paar gute Relikte bekommen für Disci. Und das Artefakt halt hochleveln. Vor allen Dingen ist halt das Trinket, über das ich mich beschwert habe, dass halt sein Mana-Spar-Effekt nur auf dem Spell Heal hat für den Disci. Durchaus interessant... Entschuldigung, für den Holy. Durchaus interessant für den Disci, weil beim Disci ist der Spell Shadowmant. Und Shadowmant ist ein nützlicher Spell. Zumindest in Fünfern. Aber ich glaube, theoretisch könnte der wirklich auch im Raid nützlich sein. Das Problem ist halt nur, dass die meisten Discis halt anders gespielt werden. Der Smitty, dankeschön. Die meisten Discis spielen halt mit dem... Ich weiß gar nicht, wie der Spell heißt. Mit diesem komischen Prayer of Healing. Ding, was halt dreimal Atonement verteilt. Aber dafür brauchst du halt wieder Eulen im Raid. Überhaupt glaube ich aber auch, dass viele mittlerweile von den Holy Priest diese unglaubliche HPS-Zahlen erzielen. Ich habe gesehen, es gibt viele... Nicht viele, aber einige Logs im HC, wo Holy Priest über eine Million HPS haben. Ich glaube, die werden halt auch oft mit Eulen erzielt. Dass die Leute sich halt, bevor sie anfangen, POH zu spammen, immer... Und da kriegst du ja auch noch Haste mit, ne? Dass die Leute sich, bevor sie anfangen, POH zu spammen, immer Dings geben lassen. Wie heißt das? Nicht Tranquility. Innovate. Oh Mann, du kriegst da Haste. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Du kriegst, glaube ich, 20% Haste. Und wenn du die Armschienen hast, die ich habe, hast du nochmal 15% Haste on top. Da kann man vermutlich ziemlich viel HPS mitpumpen. Ich glaube, ich muss mal irgendwann versuchen, einen HC-Rate zu machen. Und ein paar Eulen zu bekommen. Wobei das natürlich also noch besser ist mit dem... Na, wie heißt es? Mit dem Set-Bonus. Denn der Set-Bonus gibt halt Sanctify doppelten Bonus von Mastery. Und damit ist halt Sanctify selbst, glaube ich, auf einem Ziel schon effizient. Spätestens aber bei zweien. SDW hat euer Hole ebenfalls immer. Ja, das ist natürlich auch gut. Keine Ahnung, wie viele Mana das gibt, aber... Deswegen wollte der Aushilfs-Distie von euch immer das anregen auf CD. Na, auf CD will er es eigentlich meistens nicht. Der will das eigentlich nur dann haben, wenn er sein... Einmal den Raid komplett mit Atonement vollhauen will. Das muss eigentlich gut getimt sein, um effizient zu sein. Aber wenn es gut getimt ist, bringt ihm das halt pro Anregen die Ersparnis von etwa der Hälfte seines Mana-Pools. Also knapp 500k Mana für einen Anregen. Aber ich denke halt auch, also wenn man das als Holy bekommt und die Armschienen trägt, hat man halt... Also man hat quasi Bloodlust, sobald man Anregen hat. Theoretisch könnte man als Troll dann auch noch seinen persönlichen Haste-Buff ziehen. Und wenn man dann noch das Trinket hat, mit dem man alle 1 Minute 15, glaube ich, 50% seines Overheals in effektiven Heal umwandeln kann, dann hat man da eigentlich quasi einen Raid-Cooldown auf 1,15 Cooldown. Zumindest nehme ich das mal an. Ihr habt immer 2 Reds im Raid. Aber als Red gibt man doch normalerweise kein Weisheit auf die Healer, oder? Da gibt man doch normalerweise immer das Ding auf die DDs. Ich finde allerdings, dass die beiden Spells wieder raus müssten. Also die Blessings und Anregen. Anregen ist halt zu krass. Es ist echt viel zu stark. Und vor allen Dingen, es ist nicht nur, dass es zu stark ist. Es ist halt, dass ein anderer Spieler massivst deine eigene Performance beeinflusst. Also Anregen selbst ist stärker als jedes andere Talent, was du als Priester selber hast. Vermutlich auch stärker als jedes Legendary. Ach, es gibt keine Macht mehr. Es gibt nur noch Kings für Tanks und Weisheit für Heiler. Ah, okay. Wie viel bringt denn Weisheit an Mana? Irgendwie so 1% Base Mana alle x Sekunden oder sowas, ne? Ich habe es mal im LFR gekriegt, als wir an Guldan gewiped sind. Die anderen Heiler wollten die anregen, ne? Ich weiß nicht, wie die anderen Heiler so heilen, aber als Diszi und als Holy mit POH kann man halt Unmengen an Mana raushauen. 1% alle 5 Sekunden. Also 12% pro Minute. Das ist im Guldan-Kampf schon mal quasi der komplette Mana Pool. Einmal mehr. Mehr als das sogar. Äh, doch Guldan. Alle 10 Sekunden. Okay. Dann nicht. Es ist stackbar. Man kann das von mehreren Panas haben. Alle 10 Sekunden 1%. Also 6% pro Minute. In einem 5-Minuten-Kampf wären das 30% von Mana. Es ist sicherlich nicht schlecht, aber... Kein Vergleich zu Anregen. Du hast heute Dropfuss im Raiden 9 Marken angespart. Also 6 plus 3 kaufen, oder ist jetzt 9 das neue Cap? Eines der Probleme, die ich mit den Set-Items aus dem Raid habe, ist, dass ich bei meinem jetzigen Setup 2 Slots mit Legendaries besetzt habe, wo auch Set-Items draufliegen könnten. Was sehr undankbar ist, ist natürlich deutlich günstiger, wenn man aus allen 6 Set-Items wählen könnte, frei. Umhang und Hose sind es bei mir. Wäre halt eigentlich auch mal eine coole Idee gewesen, wenn Set-Items allgemein nicht auf dem Slot liegen können, wie Legendaries. Oder umgekehrt, die Legendaries halt auf anderen Slots liegen, auf anderen Slots als die Set-Items. Tritt die Achse gut und droppt das Life Relic oder den Cake. Cake? Bist du auch heiler? Ist der gut? Irgendwie, die ganzen Trinkets haben mich noch nicht so geflasht. Ich wünschte, es gäbe sowas wie der Sokratha-Trinket. Aber vermutlich ist genau das der Grund, warum es sowas wie der Sokratha-Trinket nicht gibt. Weil es jetzt ziemlich jeder Heiler das Ding getragen hat. Und das ist halt ein bisschen langweilig, wenn es einen Slot gibt, auf dem jeder dasselbe Item trägt. Wobei natürlich noch dazu kommt, dass das das letzte Raid-Tier war. Und man natürlich meistens aus dem aktuellsten Tier auch irgendeinen Trinket trägt. Hm, 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 hm. Es gibt noch Handschuhe beim Holy Priest, die dafür sorgen, dass ein Ziel, wenn es von Prayer of Mending geheilt wurde, vom nächsten Heal im Moment 15, bald 20% mehr Heilung bekommt. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut das ist. Keine Ahnung, wie oft das so triggert. Klingt aber insgesamt nicht überragend. Selbst wenn das in 25% der Fälle so wäre, ist Trail of Light davon nicht beeinflusst. Was vermutlich gut ist, weil es eh nur ein Spell ist. Hm. Aber in Fünfergruppen könnte das stark sein. In Fünfergruppen könnte das sogar richtig stark sein, weil da halt Prayer of Mending im Zweifelsfalle mehr oder weniger die ganze Zeit durch die Gegend springt. Und diese komischen internen Auctionfehler sind manchmal ein bisschen störend. Die Hälfte nicht verkauft und jetzt zum Verkaufen nochmal scannen müssen, bei Sachen, die Ewigkeiten dauern, wie hier mit 19 Seiten von Hungry Magister. Ja. Ja. Okay. Und wenn ich mit Flash Heal Spielweise spiele, dann nehme ich lieber Mana Spar Trinkets, ehrlich gesagt. Am besten vorher stacken, wenn wir mal aus dem Briefkasten holen. Die meisten Sachen sollten sogar gestackt sein, weil sie immer gestackt ins AHA gestellt werden und aus dem sie ja gerade rauskommen. Ja, aber bei den Trinkets finde ich, also das Design, zumindest bei den Heilern, gefällt mir größtenteils nicht so gut. Also in ganz, ganz vielen Fällen sind Stat-Sticks unglaublich gut und das ist halt extrem langweilig. Genau wie dieses eine World Boss Stat-Stick Trinket, das halt komplett verhunztes Item-Budget hat und deswegen so OP ist, selbst wenn man es nur in 8,75 oder so hat. Oder wenn man das auch erstmal kriegen muss, auf 8,75. Wo ist diese Sporthalle Sonnennähe der Alster sein? Oh, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Trilliac's Cake Overall. Was macht denn dieses Ding? Hat das nicht auch so eine total gammelige Mechanik? Auf Warcraft Logs kann man sich ja angucken, welche Trinkets am besten performen, ne? Da gibt es extra einen Tab für. Kannst du dir bei den verschiedenen Klassen, definitiv aber bei den Heilern, angucken, welche Talente am stärksten performen, welche Legendaries am stärksten performen und welche Trinkets am besten performen. Eigentlich müsste ich die maximale Stackgröße mal auf 999 einstellen. Nein, es geht leider in TSM nicht. Es gibt auch nur einen einzigen Gegenstand, der auf 999 stackt, den man im AH verkaufen kann, zumindest soweit ich weiß. Achso, das ist ein Running Joke im Raid, weil das Ding jeder ID droppt und das jeder Heiler mittlerweile hat. Okay. Genau wie das bescheuerte Trinket aus Emerald Nightmare, wo man bei Benutzen irgendwie Mana zurückbekam alle zwei Minuten, man aber während des Benutzens des Trinkets nichts machen konnte. Also ähnlich wie diese Late Torrent Potions. Das auch irgendwie jeder bei uns hatte und keiner hat es benutzen wollen. Du wirst heute beim Raiden die neue Supra Games TV mitzutragen, richtig? Dann kann nichts passieren. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Gibt es eigentlich eine Klasse, die heutzutage nicht mehrere Sets an Items mit sich rumschleppen muss? Es gibt, glaube ich, ziemlich viele, die nicht wirklich mehrere Sets rumtragen. Also es mag sein, dass man ein, zwei Trinkets vielleicht tauscht oder so. Also es gibt, glaube ich, ganz ganz schön. Ich hoffe, ich hoffe, gut. Also es gibt, glaube ich, ganz schön, dass du in die Sonne für den meisten streamer in den taschen 10 bis 20 epics liegen also trinkets ok das kann ich verstehen wobei ich nicht weiß wie es bei den dds ist aber als heiler gibt es da nicht großartig viel zu minmaxxen du hast halt einmal also die meisten heiler denke ich mal haben üblicherweise stat sticks an und dann haben sie vermutlich für manche kämpfe mana rack mana spart trinkets und unter umständen noch irgendwelche unused trinkets aber das wäre es was mir als heiler einfallen würde ansonsten gibt es da nicht viele items die ich tausche es gibt halt welche die ändern ihr gear für mythic plus und gehen dann dort zum beispiel auf als heiler auch auf die stats die mehr dps bringen weil sie dann ein bisschen damage mitmachen und so blizzard möchte ja soweit ich das gesehen habe auch dass es lohnenswerter ist eigene keys hoch zu pushen als leute zu carryen das fände ich grundsätzlich eine gute idee ehrlich gesagt weil das carryen ist schön und gut aber das ist so relativ unwichtig und unlukrativ ist eigene keys zu pushen über das was man für die wochenkisten hinaus braucht finde ich ein bisschen blöd aber das ist natürlich dann auch um einiges anstrengender wenn es lohnenswert wird eigene keys zu pushen als einfach nur irgendwie keine ahnung was neuner oder sonst was carry zu machen going ja 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 Ah, sind die Craft-Bahn-Lagendaries eigentlich Beidon-Pickup? Ja, oder? Bis jetzt nicht auf dem PTR, die sind nicht Beidon-Pickup. Okay. Legendaries aus dem Auktionshaus, das wäre natürlich nice. Gott, da würden die Leute bestimmt ausrasten, wenn das dann so live geht. OMG, was soll das? Sind Beidon-Pickup? Ich fände es sogar besser, wenn sie nicht Beidon-Pickup wären, ehrlich gesagt. Also wenn sie handelbar wären. Weil so, wenn das Ding für dich gut ist, bedeutet das, du musst mit dem entsprechenden Charakter den Beruf erlernen. Und genau von diesem Kack wollten sie ja eigentlich weg, dass man Berufe für irgendwas Raid-Relevantes braucht. Aber wenn die berufsexklusiv wären... Gut, man könnte den Beruf lernen und dann wieder verlernen, das geht ja dann. Es sei denn, der steht bei Anlegen, dass man halt Tailoring oder, keine Ahnung, Decksmithing braucht. Bindon-Pickup und nur 910. Die sind eh nicht gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir die nicht so genau angeguckt. Das, was ich vom Schneider gesehen habe, sah jetzt für mich nicht spannend aus. Aber... Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. 910 wahrscheinlich nicht aufwertbar und keine besonderheiten außer orangene farbe aber orange aber aber orange ich habe jetzt glaube ich fünf legendaries ich habe den ring die schuhe die armschienen die hose und den umhang wie viele der charaktere einen charakter haben moment wie viele der aktiven spieler auf dem hauptcharakter weniger als zwei haben habe ich neulich so eine tabelle gesehen wo das drin stand wie viele charaktere oder neben ab welchem item level die leute wie viele legendaries haben du hast siebenmal orange auf einem charakter das ist sogar relativ viel auf mehreren ist es nicht so viel also nicht so wild sagen wir es mal so weil ja die ersten beiden legendaries irgendwie eine deutlich höhere schnellere prox chance drop chance haben wie auch keine ahnung ich habe auf jeden fall genügend gute auch wenn es welche gibt die ich noch gerne hätte aber die die ich habe sind auf jeden fall es sind zwei gute dabei und mit dem kommenden patch wird es eher schwieriger mit zu überlegen ob ich nicht sogar eins ablege und anderes trage also die auswahl aus fünf reicht mir sogar schon das trinket ist natürlich auch noch ziemlich geil für heiler aber ich fände es fast schlecht die zu bekommen wenn ich mir dann denken würde oh man ich will das aber nicht ausziehen ich möchte das aber anziehen als alle deine legendaries aus mythic innies ich glaube ich habe zwei aus mythic innies ich habe keins aus dem emissary chest sepphus wird wieder gebufft ja zehn prozent laufspeed permanent und drei prozent hast permanent du hattest bisher nur welche aus emissary kisten da hatte ich noch keine einzige draus ich meine gut ich habe zwischendurch und einige von den emissary chests verpasst also jetzt zwischen anfang des jahres und jetzt habe ich etliche verpasst aber bis dahin habe ich sie eigentlich immer gemacht sepphus kriegt drei prozent hast permanent zehn prozent run speed permanent und der bonus bleibt allerdings steigt es bei dem bei dem bonus halt auf den bonus wert und eben nicht noch plus zehn und noch plus drei prozent drei aus den kisten eins vom zweiten boss zwei aus mythic plus und eins aus dem blinktron den habe ich noch nie gesehen den blinktron 6000 naja ich finde die sepphus mechanik immer noch so ein bisschen mehr also aus aus rate encounter sicht weil man es halt so schlecht planen kann weil man es triggert das ist sehr stark für tank palys in mythic plus inis ja 3 prozent hast dauerhaft wird für viele klassen sehr stark werden ja das ist auf jeden fall ich meine keine ahnung was für einem haste wert entspricht das ungefähr kommt darauf an wie viel man wie viel haste man hat ne obwohl naja es werden frohlich drei prozent punkte haste sein wenn das ja sehr sehr wahrscheinlich wenn es drei prozent haste wäre mir das natürlich noch stärker aber ich glaube nicht dass das in einem eigenen multiplikator liegt hallo hallo Darf ich eine Frage in den Raum werfen, die nichts mit WoW zu tun hat? Ja, hast du gerade gemacht. Du hast eine Frage, die nichts mit WoW zu tun hat, verbraucht. Ganz schön doof, muss ich sagen. Und ich erlaube nur eine pro Account. Eine zu werfen oder generell nur eine? Generell nur eine. Du würdest gerne meine Meinung zur Umschmiede-Idee von Legis hören. Was ist die Umschmiede-Idee zu Legis? Dass man sie umschmieden kann? Wenn, dann wäre ich dafür, dass man alles umschmieden kann. Also gerade im Hinblick darauf, dass viele sich darüber beschweren, dass die Secondary-Stats schlecht geregelt sind. Vor allen Dingen auf Ringen, Halsketten bzw. Items, wo halt nur Secondary-Stats drauf sind. Keine primären. Gerade dafür fände ich das alte Umschmiede-System sogar ganz cool. Wer möchte für dich am Freitag zum Spiel Arminia gegen Lautern gehen? Dein Legi rein und dann ein Rüstungsteil vom Slot des gewünschten Legis. Achso, Legendaries zu anderen Legendaries rumzuschmieden. Oder es wäre aber viel zu einfach, wenn das nur irgendwie 100.000 Gold kosten würde, irgendein Random-Item und du dann halt umschmieden könntest. Dann hättest du es ja instant. Es gibt exakt 0 Anhaltspunkte für Biskens als Trainer von Arminia. Biskens war Trainer von Arminia? Ach, es gibt Anhaltspunkte. Anhaltspunkt Nummer 1, der ist gerade aktuell kein Trainer. Anhaltspunkt Nummer 2, er war mal Trainer. Anhaltspunkt Nummer 3, Express sagt, er wird Trainer. Anhaltspunkt Nummer 4, ich habe das in einem Stream-Chat gelesen, dass er Trainer wird. Folge, Biskens wird Trainer von Arminia. Xaria schreibt, ihr habt Diabetes Typ 1, seid zu 50% schwerbehindert. Euer Chef kündigt euch und ihr müsst 30 Kilometer nach Hause laufen, weil der Chef weiß, dass ihr kein Geld habt. Würdet ihr das als Körperverletzung auffassen? Das ist deine Frage? Es geht zu, dass es einige Fragen gibt, mit denen ich nicht gerechnet hätte im Stream zu irgendeinem Zeitpunkt. Die zählt dazu. Also wir haben Diabetes Typ 1, sind zu 50% schwerbehindert. Aber warum muss ich nach Hause laufen, wenn der Chef mir kündigt? Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Du bist auf der Arbeit und der Chef kündigt dir. Warum musst du deshalb nach Hause laufen? Wie wärst du denn alternativ nach Hause gekommen? Also nicht du, sondern wer auch immer da, um wen auch immer es geht, unser Beispiel-Mensch. Hallo! Anujek, danke für den Resub. 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 Sonst hat derjenige ein Firmenauto, das wurde ihm vor Ort abgenommen, er wurde morgens noch abgeholt, bekommt dann die Kündigung und er wurde gesagt, schau wie du nach Hause kommst. Okay, naja gut, also wenn es jetzt keine fristlose Kündigung ist, dann würde ich halt zumindest den Chef mal fragen, ob eine Möglichkeit besteht, irgendwie per Firmenauto oder anderen Kollegen nach Hause zu kommen. Außerdem, also er zwingt dich ja nicht nach Hause oder er zwingt unseren Beispiel Menschen ja nicht nach Hause zu laufen. Das ist ja dessen freie Entscheidung, weil er sagt, ich kann es mir nicht anders leisten oder ich sehe für mich selbst keine Alternative. Er könnte ja auch irgendeinen Kumpel anrufen oder, keine Ahnung, warten und gegebenenfalls mit einem anderen Kollegen später nach Hause fahren. Und ich habe keine Ahnung, ob er mit 50% Schwerbehinderung nicht auch vergünstigte öffentliche Transportmittel benutzen kann und so weiter und so fort. Also per se würde ich sagen, es ist arschig, aber den Schluss, dass er dich dazu zwingt nach Hause zu laufen, kann man so ja nicht uneingeschränkt unterschreiben. Die Frage ist halt, ob man das Recht hätte, zum Beispiel ein Taxi nach Hause zu nehmen und das der Firma in Rechnung zu stellen, weil man ja davon ausgegangen ist, ohne Zusatzkosten nach Hause zu kommen und sich das jetzt geändert hat. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall etwas, was vermutlich funktionieren würde, aber ich bin kein Jurist. Ich nehme es schon alleine an, dass ein Chef das deshalb machen würde, weil es nicht cool für eine Firma wäre, wenn sie jemanden, der schwerbehindert ist oder 50% schwerbehindert ist und einfach nur sagt, ich muss den Taxi nehmen, um nach Hause zu kommen, wenn sie ihm das Taxi nicht bezahlt und das in irgendeiner Art und Weise öffentlich wird. Elisha, danke für den Nächsten. Selbst wenn man ohne Geld außer Haus geht, man kann ja auch nach Hause kommen, ohne Bargeld dabei zu haben. Du kannst dich auch mit Karte zahlen, du kannst Geld irgendwo abheben und so weiter und so fort. Also ich glaube, Körperverletzung ist es auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es ist ja nicht gegeben, dass du gezwungen wirst, nach Hause zu gehen. Er hat dich ja nicht im Wald ausgesetzt, ohne Handy oder so. Und Juristen empfehlen, klar, aber ich glaube, wenn jemand nicht das Geld hat, 30 Kilometer nach Hause zu kommen, hat er vermutlich auch nicht das Geld, sich einen Juristen zu leisten. Also ich glaube, es ist ja nicht. Oh, das ist interessant, was Snow schreibt. Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet auch die Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens. Sie müssen ihn daher an den Arbeitgeber zurückgeben, aber erst zum Ende der Kündigungsfrist. Da die Privatnutzung ein fester Vergütungsbestandteil ist, können Sie ihn noch während des Laufs der Kündigungsfrist gesetzlich weiter nutzen. Das ist wirklich interessant. Das wäre dann für den Fall, dass es eine fristgerechte Kündigung ist. Sprich, wenn es sich nicht um eine fristlose Kündigung handelt, dann dürfte dir der Arbeitgeber gar nicht den Firmenwagen entziehen. Moment, aber ist es in dem Fall eine private Nutzung, wenn es sich um den Weg von der Arbeit zurück nach Hause handelt? Es geht ja nicht darum, ob unser Beispielmensch damit durch die Stadt fährt und einkaufen fährt, in seiner Freizeit. Aber der Weg zurück von der Arbeit ist ja keine private Nutzung, oder? Also, wie es sich um die det Hotels zuverschreiben an den Router der Kündigung handelt? Aber der Weg sherketcher hat, in seiner Freizeit. Also unsere laienhafte Rechtsauffassung ist, dass das bei einer fristgerechten Kündigung vermutlich gar nicht möglich ist, dass er einem den Dienstwagen entzieht. Umgekehrt, wenn er es tut, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, da würde ich mal meinen Arsch drauf verwetten, ein Taxi in Rechnung stellen. Relevant ist, dass im Vertrag private Nutzung vereinbart ist, dann darf er den Wagen nicht entziehen. Das ist relevant, auch wenn es sich nicht um eine private Nutzung handelt, sondern um eine berufliche Nutzung. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob es eine fristlose Kündigung war oder nicht. Aber fristlose Kündigungen passieren ja auch nicht so leicht. Also ich habe die zumindest in meiner Zeit nicht oder nicht häufig erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nicht erlebt habe, weil man es ja nicht unbedingt immer erfährt. Doch, ich habe welche erlebt. Und die waren für richtigen Bockmist. Ich kann natürlich nicht sagen, wo und wann. Wir werden es ja auch nicht mehr cooked. Und dann da kann man es niemals geben. Ich kann natürlich nicht sehen, ob ich sie nicht verändern, antimm kolivos kann, um einigen,owy potigumpender subscriben будет wirklich nicht ummelde. Und dannμε, dass das sein Glück ist, dass es nicht прост wird. Und dann ... Und dann machen wir ... Kündigung mit Freistellung für Resturlaub und Überstunden. Freistellung, Resturlaub und Überstunden. Oh, ich bin mir nicht sicher, wie das bei einer fristlosen Kündigung wäre. Weil selbst wenn man fristlos gekündigt wird, das was Überstunden und Resturlaub sind, müssten einem doch trotzdem zustehen. Halt nicht die verbleibende Arbeitszeit, die man da noch leisten würde, denn die wären ja innerhalb der Kündigungsfrist. Aber Überstunden und Resturlaub sind ja vorher geleistet worden. Behinderte Menschen haben eine gesetzliche Kündigungsfrist von vier Wochen. Darüber hinaus muss bei länger als sechs Monaten Beschäftigten Arbeitnehmern das Integrationsamt schriftlich der Kündigung zustimmen. Das Integrationsamt muss den betroffenen Arbeitnehmer anhören. Ansonsten ist die Entscheidung des Integrationsamtes über die Wirksamkeit der Kündigung anfechtbar. Ja, aber gut, das ist die gesetzliche Kündigungsfrist. Wie sieht es bei fristlosen Kündigungen aus? Sagen wir mal, unser Mensch hat die Putzfrau ermordet. Okay, also gut, irgendwas anderes gemacht. Keine Ahnung was. Firmenwagen nach Polen verkauft. Ich weiß gar nicht was. Das ist alles fristlose Kündigungen rechtfertigt. Aber Firmen-Eigentum stehlen auf jeden Fall. Du fragst dich, was eine fristlose Kündigung von behinderten Menschen rechtlich absichern sollte? Aber, also das kann uns ja, äh, wie heißt er? Heißt er oder sie? Wie? Namen schon wieder vergessen. Xaria beantworten, ob es eine fristlose oder nicht war. Vermutlich war es keine. Sex für eine Benästigung ist auch ein fristloser Kündigungsgrund. Und vermutlich jede andere Art von Diskriminierung auch, oder? Das ist Kündigungsgrund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kranke geschrieben wegen einer OP. Kranke geschrieben wegen einer OP. Ja, aber das alleine, also du kannst ja nicht einfach sagen, mein Vertrauensverhältnis ist gestört. Du musst ja trotzdem einen triftigen Grund nennen, warum das gestört ist. Aber wie ist denn der oder diejenige dann tatsächlich nach Hause gekommen? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Abfindung. Und für die gibt es halt Richtlinien, wie hoch die sein sollte. Ob man das dann bekommt, ist die andere Frage. Manchmal sagt der Arbeitgeber dann auch, wir zahlen das nicht. Oder wir bieten dir weniger. Und wenn du Pech hast, bist du bei einem Arbeitgeber, der sowieso gerade auf dem Weg in die Insolvenz ist und der einfach nur den ganzen Spaß so lange rauszögert, bis er eh nicht mehr zahlt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gekündigte in dem Fall das Recht hätte, die Freistellung nicht zu akzeptieren und zur Arbeit zu kommen. Beziehungsweise wenn die Freistellung erfolgt ist und der Arbeitgeber sagt, ich lasse dich gar nicht wieder aufs Betriebsgelände drauf, dass er trotzdem seinen Resturlaub bekommt und die Überstunden dazu bezahlt bekommt. Bei Tarifverträgen gibt es bindende Abfindungssummen. Ich glaube, es war irgendwie pro halbes Jahr Beschäftigung. Ich weiß gar nicht, wie ein halbes Monatsgehalt. Also keine Ahnung, da gab es so eine Faustregel. Trotzdem fragwürdig, warum Gerichte das klären müssen. Aus menschlicher Sicht auf jeden Fall. Ich habe damals, glaube ich, wie gesagt, acht Jahre für den Laden gearbeitet und dann bekommst du eine Kündigung. Dir wird gesagt, eine Abfindung kriegst du übrigens null, wo die halt wissen, dass das so nicht funktionieren wird und es trotzdem versuchen, um ein paar tausend Euro zu sparen. Pro Jahr drei Monatsgehälter. Oh, das wäre ein Traum gewesen damals. Pro Jahr drei Monatsgehälter bei acht Jahren. 24 Monatsgehälter. Das wäre ein Traum gewesen. Warum ich gekündigt wurde? Sparmaßnahmen. Daden muss um, damit, was das so nicht möglich. Bis zum nächsten Mal. Amen. 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 Mario Götze wird frühestens zu Beginn der kommenden Saison wieder für Dortmund spielen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist denn diese Stoffwechselstörung, die er hatte, schon der Grund für seine vorangegangenen Leistungsprobleme? Bis nächste Saison. Wow. Also gut, ich meine, er hat jetzt diese Saison noch keinen großen Einfluss auf den BVB gehabt, keinen großen positiven. Er hat wenig gespielt und jetzt nirgends großartig herausragende Leistungen zeigen können bislang. Aber die haben ihn halt gerade erst gekauft. In Bayern sitzen die, glaube ich, gerade mit einem fetten Grinsen. Ist denn diese Stoffwechselstörung überhaupt zu 100% behandelbar bei dem? Es wäre ihm zu gönnen. Man wünscht ja keinem Menschen, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Das würde mich mal interessieren, ob diese Stoffwechselstörung halt auch einer der Gründe oder der Hauptgrund waren, warum er halt in den vergangenen Jahren nur sehr, sehr unregelmäßig und wenig gespielt hat und nicht so die super Leistung gezeigt hat wie zuvor. Wenn ja, wäre das natürlich insofern positiv, als dass man sagen könnte, wenn er jetzt endlich wieder fit ist und nicht nur bei 80% Leistungsniveau oder so, dann wäre er wieder so gut, wie er es mal war oder noch besser. Das wäre natürlich cool. Auch für die Nationalmannschaft. Das wäre natürlich auch für die Nationalmannschaft. Das wäre natürlich auch für die Nationalmannschaft. I know a Bayoui und I see one. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum lädst du so langsam? Was soll das? Jetzt lade bitte den Briefkasten Ich hätte da auf Blackrock günstig mal Krälen abzugeben Der Hund schneicht Ich weiß gerade noch nicht welcher von den beiden Die schnarchen beide Schade, dass du nicht im Makrelengeschäft bist Ich kann dir das Makrelengeschäft Einstiegspaket verkaufen Ich kann dir das Makrelengeschäft Ich kann dir das Makrelengeschäft Ich kann dir das Makrelengeschäft Oh, dass unser Hund nicht laut schnarcht Das wage ich aber auch zu bezweifeln Also vor allen Dingen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße Kaufe meine Makrelen zu einem Kurs von 2 Silber für 10.000 Stück Fick dich hinweg Was der TSM Guide macht Wenn du etwas vor einem TSM Guide sagst Dann dürftest du auch wissen, wann ich den TSM Guide machen wollte Oder werde Und dann frag dich, ob diese Bedingung bereits erfüllt ist Na, oder hast du nicht aufgepasst Du nimmst mir knapp unter Wendorpreisen Was ist denn überhaupt der Wendorpreis dafür? Ein Silber? Ka, wie viele Millionen du schon hast Noch nicht genug Ich glaube, als ich eben umgelockt habe 7,2 5,4 5,5 8,4 7,7 7,7 7,7 8,9 7,9 8,9 10,9 9,9 9,9 10,9 10,9 10,9 11,9 10,9 12,9 Wie kann man nur keine Makrelen kaufen wollen? Fragt das Blackrock. Diese Blackrock-Kreptas. Die Bedienung ist schon dreimal erfüllt, ich reinvestiere das Gold nur. Wie viel Kapital in den Makrelen gebunden ist? Oh, keine Ahnung, als ich die gekauft habe, waren die noch teurer. Der Preis ist seit Monaten irgendwie im Abwärtstrend. Aber ich überlege echt, ob ich die hier auf dem Server irgendwann vendor, weil ich die wirklich seit Monaten nicht verkauft kriege. Wie viel kosten denn die, welchen Vendor-Cell-Preis haben denn dieses? Es gibt ein Rezept, was man aus Makrelen machen kann. Einfach nur Futter, das Mana und HP wiederherstellt, ohne Buff. Normalerweise sind die verkrafteten Sachen halt immer teurer, einen höheren Vendor-Cell-Preis. Und der sich lohnt, ist eine andere Frage. Ja. Und der sich lohnt, ist eine andere Frage. Was ich mit in der Woche mache, das kann man im Moment schlecht sagen. Wir haben einiges dadurch verloren, dass die Bots wieder aktiv sind. Also von dem Hauptserver, von den ganzen anderen kleinen Servern kann man sowieso noch nicht sagen. Und ich habe letzte Woche gerade mein Portfolio erweitert. Und das verschiebt natürlich auch immer enorm, wenn man etliche Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen in neue Produkte investiert. Man kann das eigentlich immer nur sagen, wenn man über eine längere Zeit mal wirklich denselben Kram verkauft. Man kann das nicht nur sagen, wenn man über eine längere Zeit hat. 12,5 Silber. Also 25 Gold, das Deck. Wenn ich das Rezept hätte, würde ich es glaube ich auf jeden Fall machen. Dann könnten wir stundenlang Makrelen kochen. Ich habe es leider nicht. Mit Rezeptstufe 3 gibt es 10 Stück je 5 Makrelen. Nice. Also 25 Silber pro Makrele. Wenn man Rezeptstufe 3 hat. Aber ich will das Spiel nur über TSM interessant halten. Ah ne, nicht wirklich. Also es ist weniger, dass interessant ist nicht das Problem. Das Zeit ist das Problem. Die meisten Sachen, die cool sind und Spaß machen, funktionieren halt nur abends. Raid-Zeiten bei uns sind abends und vernünftige Gruppen zusammenzubauen für Mythic Plus geht halt auch nur abends. oder sagen wir mal, es geht abends deutlich leichter als mittags oder vormittags. Und meine Zeit, die Sachen abends zu machen, ist halt irgendwie nicht so frei verfügbar, wie ich das gerne hätte. Wird es irgendwann auch wieder sein, aber im Moment ist es halt nicht so. Wenn es nach mir ginge, würde ich schon raiden. Raiden. Zumindest mal HC wieder raiden. Grundsätzlich aber eigentlich auch gerne Mythic. Rezept sollte man von Nomi bekommen. Wo gibt es denn die erste Stufe von dem Rezept? Weil aller weiteren könnte ich ja einfach mit Makrelen Arbeitsaufträgen bekommen können. Warum ich abends keine Zeit habe? Weil wir fangen um 19 Uhr an zu raiden. Momentan ist es so, Frau kommt so um zwischen 19 und 20 Uhr von der Arbeit nach Hause. Und bis dahin muss ich halt in der Lage sein, wenn irgendwas mit dem Hund ist, mit dem Hund rauszugehen. Und das geht halt während des Raids relativ schlecht. Vor allen Dingen während eines Progress Raids. Während eines Farm Raids, okay, klar, könnte ich sagen, ich gehe jetzt raus. Haut ihr mal den Boss um. Und während Mythic Plus Dungeons geht es natürlich auch nicht. Und dann erstmal gehe ich mit den Hunden raus. Und dann ist es oft schon 9. Und dann Carmine. Terre ist immer wieder erinnert. Und dann gehe ich mit den Hunden raus. man hat bislang heute noch nichts von poppy gehört ja die pennt gerade ich war mit den beiden unmittelbar vor im stream bin ich eine runde spazieren gegangen und jetzt pennen die gerade so hier kaufen wir mal nix mit 40k können wir eh nicht viel kamellen stufe eins bekommt man durch eine quest von nomi vielleicht mach ich das sogar irgendwann mal denn genügend makrelen um stufe 3 des rezepts zu bekommen habe ich mit sicherheit es wäre auf jeden fall mal lustig jetzt müsste man nur ausrechnen wie lange es dauert etwa 50.000 makrelen zu kochen also wenn ihr immer fünf auf einmal verkocht aber das werden trotzdem noch zehntausend mal kochen jetzt habe ich keine ahnung wie lange einmal kochen dauert zwei drei sekunden das wären 30.000 sekunden 30.000 durch 60 30.000 durch 10 ist 3000 10 stunden kann das sein ob hoppy mittlerweile stubenrein wäre schön wäre es wo wir auf experten webseiten gelesen haben dass welpen nach drei tagen bis drei wochen stubenrein sind die leuten die so was schreien möchte ich den körperpreis in den hals kacken oder einfach meinen welpen mal für drei tage geben 8 stunden 20 minuten etwa und das klingt ja fast nach einem event stream 30.000 sekunden sind 8 stunden 20 minuten 10 stunden wären 36.000 sekunden wenn dem hund deine eltern sechs monate gedauert vom geburt bis zum sechsten monat oder vom hund bekommen bis zum sechsten monat weil viele bekommen ja den hund erst wir haben unsere mit acht wochen bekommen aber zwischen zehn und zwölf ist halt auch üblich plus zwei monate okay ja also ich meine man merkt natürlich immer fortschritte sie macht halt lange nicht mehr so oft in die wohnung wie am anfang vor allem hat sie lange nicht mehr in die wohnung gekackt und das ist gut obwohl die kacke leicht weg zu machen ist das problem dass sie die kacke gerne frisst und dann kotzt sie und dann frisst sie das wieder und davon kotzt sie dann wieder das ist nicht so cool diese hunde kackt irgendwo hin und denkt sich hm scheiße das sieht ja lecker aus erstmal aufessen dann hm kotze kacke das sieht ja lecker aus also mit pinkeln und nebenbei poppy pinkeln und essen gehen zwischen neun und zehn stunden makrelen stream naja also das craften geht ja auch ohne dass ich anwesend bin also da würden wir nicht viel zeit verlieren selbst wenn ich mit poppy rausgehe solange kein auto lockout erfolgt wird er weiter craften also im moment ist es vielleicht so also es kommt halt immer darauf an wie gut man selber in der lage ist darauf aufzupassen normalerweise wenn man mit dem hund rausgeht nach dem fressen und nach dem schlafen hat man schon sehr sehr viele fälle abgedeckt wo der hund normalerweise pinkeln gehen würde die machen halt nicht in ihr körbchen nicht ins bett meistens nach dem spielen halt auch und das kann halt ein problem sein wenn die hunde miteinander spielen dann kann das sein dass sie zwischendurch sich einfach mal hinhocken ein bisschen pinkelt das sind die typischen unfälle die passieren oder wenn ich zum beispiel gerade daran gehindert bin mit ihr raus zu gehen wenn zum beispiel ein paketboote kommt ich mache die tür auf der hund wacht auf steht auf und pinkelt oder wenn ich gerade abend essen zubereite und koche irgendwas auf dem herz stehen habe der hund halt in dem moment raus muss ja 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 Der Große auch noch? Was? Unser großer Hund, Holly? Ne, die macht nicht in die Wohnung. Wenn sie nicht gerade irgendwie einen Kreislaufkollaps hat oder so und ohnmächtig wird, was nicht so oft passiert, aber was gelegentlich passiert, dann nicht. Wie viel Gewinn ich bereits circa gemacht habe? Schwer zu sagen, ein paar Millionen. Ist vor allen Dingen deshalb schwer zu sagen, weil ich so einen Großteil des Gewinnes immer reinvestiert habe. Sprich, ich habe auf den ganzen Aha Twink Charakteren teilweise nahezu kein Gold, habe aber Sachen im Wert von Millionen im Aha stehen. das was wir jetzt in der Zeitung. Das war's für heute. Ob ich WoW-Marken gekauft habe? Äh, ja, seit... Äh, ich weiß nicht genau seit wann, aber seit, ich schätze mal, einem Jahr, anderthalb Jahren, bezahle ich meinen WoW nur über Gold. Keine Ahnung, was davon das geht. Ich glaub seit, es geht. Hm, 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 hm. Vielen Dank. Ja, dass die gekochten Sachen aus 200 Fischen halt 20 Stacks werden, das ist ein bisschen unpraktisch. Ich finde halt, dass langsam mal Foods und Pots auch auf 200 hochstacken können. Oder wenigstens auf 100, wie die Potion of Plonged Power. 20 ist doch eher ein bisschen anstrengend. Und dabei sagte Ian Herr Sikostas noch, als er wieder mal gefragt wurde, wann denn endlich der Rucksack größer wird. Ja, das könnten wir machen, aber bevor wir euch mehr Taschenplätze geben, sollten wir doch lieber verhindern, dass ihr mehr Taschenplätze braucht. Dann ändert halt die Stackgrößen und das Problem ist für fast alle Spieler zu einem Großteil gelöst. FC Zeltweg, gerade eben. Die zweite Frühjahrsrunde steht am Programm. Okay. Und unserer Mannschaft steht dabei der Gang zum USV Wirzinger Installationen Metasdorf bevor. Der USV Wirzinger Installationen Metasdorf. Wow. Österreich. Wow. War der Rucksack nicht hardcoded und konnte nicht einfach geändert werden? Nee. Mit dem Gerücht haben sie ja vor langer Zeit schon aufgeräumt, dass das lange Zeit durch die Gegend geistert wird. Oder war das auf der BlizzCon sogar? Dass dieses Gerücht seit Ewigkeiten rumgeistert, aber nicht stimmt? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es Hasi Kostas war, der die Frage beantwortet hat. Was heißt denn USV ausgesprochen? Das SV steht bestimmt für Sportverein. Damit wir den Namen USV Wirzinger Installation Metasdorf noch länger machen können. Gutes auch, der spielt zwischen ASK-Stadtwerke Sparkasse Volzberg und USV RB Weindorf St. Anna am Augen. Stadwerke Sparkasse haben die zwei unterschiedliche Sponsoren? Ob ich dränische Unbesichtbarkeitstränke als 5er oder 20er Stacks verkaufe? Als 20er. Ich verkaufe alles, was ich in den größtmöglichen Stacksizes. Warum 5? Außer, weil es weniger als 20 ist. Aber warum 5? USV ist der Universitätssportverein Würziger Installation Metasdorf. Warum habt ihr eigentlich keine Fantransparente? Zu teuer. Ich habe mich nicht mehr als 20er. 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 Unionssportverein ist es da, okay. Also ist es der Unionssportverein Wurzinger Installation, nee Wurzinger, Entschuldigung. Nochmal von vorne. Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf. Das ist mal ein Name wie Schall und Rauch. Jetzt kann ich einen Fanschal von denen. Sechs Meter langer Fanschal. Und beim USV RB Weindorf St. Anna am Eigen steht das RB für Raiffeisen. Raiffeisenbank dann vermutlich, oder? Also der Unionssportverein Raiffeisenbank Weindorf St. Anna am Eigen. Es gibt vermutlich Vereine, die eine kürzere Satzung haben als den Namen. Oh, ein Fan-Freundschaftsschal von den beiden Vereinen. Fan-Freundschaft zwischen Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf und Unionssportverein Raiffeisenbank Weindorf St. Anna am Eigen. Fan-Freundschaft in Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf. Fan-Freundschaft in Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf. Fan-Freundschaft in Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf- und Unionssportverein Wurzinger Installation Mettersdorf- Vielen Dank. Du liebst es, wenn die Mikrowelle den Teller zum Glühen bringt und das Essen immer noch eiskalt ist? Dann musst du mikrowellengeeignete Teller nehmen. Und wenn der Teller heiß wird, ist er eigentlich nicht mikrowellengeeignet. Viel Spaß bei der Bürgerberatung, Raudun. Genau, Trashtalk gibt es bei uns, Rechtsberatung und Makrelen. Ich finde, wir sollten Raudun demnächst einfach R-Haudun nennen. Einfach nur, um ihm auf den Sack zu gehen. In Deutschland hatten wir mal SV Chio Waldorf-Mannheim. Aber durften die offiziell so heißen? Ich glaube nämlich nicht. Wie die Frikadellen waren. Sie waren gut, aber sie hätten noch besser sein können. Sie waren etwas zu lange drin. Ich habe die Semmelbrösel nicht eingeweicht und ich habe den Senf vergessen. Sie waren trotzdem gut. Aber beim nächsten Mal machen wir sie besser. Ja, das was an Senf in den Frikadellen gefehlt hat, haben wir mit Senf auf die Frikadellen nachgeholt. Löffelweise Bautzener Senf auf die Frikadellen. Und wir haben Bulettenbrötchen gegessen. Wobei ich jetzt die Bulettenform den Brötchen nicht perfekt ange... Ich habe ein paar Bällchen gemacht. Ich hätte etwas größere Frikadellen machen sollen, dass genauso eine Frikadelle auf ein Brötchen passt. Frikadellen Schranke? Nee, nee, nee. Senf. Oder wie wir es sagen, mit M und PF Senf. Oder wie wir es sagen, mit M und PF Senf. Vielen Dank. Senf in Frikadellen ist auch eine Idee? Ja, natürlich. In die Frikadellen gehört auch Senf. Und den habe ich vergessen. Leider. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich in die Frikadellen so einen Käsewürfel reintun soll. Habe ich dann aber nicht gemacht. Vielen Dank. Eine Freundin macht die immer mit Kräuterquark drin. Kräuterquark. Klingt jetzt auch nicht fürchterlich, aber... Dann triefen die vor Fett. Aber das kommt ja wohl nicht vom Kräuterquark, oder? Der ist doch nicht extrem fettig. Die Frikadellen selber sind doch das, was fettig ist. Und ich glaube, beim nächsten Mal probiere ich noch mit Paprika aus. Rote Paprika rein. Deine Empfehlung ist geriebene Emmentaler und in Satsiki dippen. Den Emmentaler? Oder die ganzen Frikadellen? Deine Empfehlung ist geriebene Emmentaler, oder? Den Emmentaler? Orde. Den Emmentaler? Emmentaler in den Teig. Meine letzten Trikadellen, also die davor, habe ich auch mit Käse im Teig gemacht. Aber ich glaube, ich habe Mozzarella genommen. Weiß ich aber gar nicht mehr genau. Der Kreis ist wieder aus dem Urlaub zurück. Ich hoffe, du hattest Spaß. Was du empfehlen kannst, ist Hackfleischpizza. Korrigiere, Hackfleischpizza. Aber das Hack musst du vorbraten. Das ist ja lange nicht so schnell durch, wie die Pizza durch ist. Unheimlich viel Spaß und traumhaftes Wetter. Bei Hackfleischpizza besteht der Boden aus Hack. What? Und bei Bolognese Spaghetti bestehen die Spaghetti aus Hack. Das Hack ist der Teig. Das ist mal eine interessante Idee. Jetzt tut doch nicht so, als wäre das selbstverständlich, dass eine Hackfleischpizza der Boden aus Hack besteht, weil bei einer Schnitzelpizza der Boden aus Schnitzel noch nie gehört. Bei einer Thunfischpizza besteht der Boden ja auch nicht aus Thunfisch. Und bei einer Salami-Pizza der Boden nicht aus Salami. Ihr mit euren komischen Pizzen. Bei Paprika in der Frikadelle die Paprika vorher anbraten, damit das Wasser aus der Paprika austritt, nicht den Zusammenhalt der Frikadelle beeinträchtigt. Okay, 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 gut zu wissen. Ich würde die Dinger ja auch gerne mit viel Knoblauch machen, aber wenn ich die in der Woche mache, dann ist Frau nicht so begeistert von viel Knoblauch. Chefkoch.de, Rezept Hackfleischpizza. Ist das mit Bild? Das ist mit Bild. Das sieht gut aus. Ein Kilogramm Hackfleisch, 250 Gramm Champignons. Ein Glas Tomatenpaprika, Paprikaschoten, Zwiebeln, Senf, Tomaten, Knoblauchzehen, Käse, Mozzarella, Ketchup, Ketchup, Tomatenmark, Eier, Das sind vier Personen, also zwei. Ach so, vier Portionen, nicht Personen. Gut. G Vielen Dank. Fifty Shades of Huck. Fifty Shades of Met. 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 Schnitzel mit brauner Soße, aber das ist doch die Dings. Jägerschnitzel ist es dann doch, oder? Muss ich aber sagen, ist auch nicht so mein Fall. Weil dadurch wird die Panade halt so pampig. Nee, Jägerschnitzel sind nur im ehemaligen Westen eine Frechheit. Was? Eben, die wird pampig, aber wenn ich das meiner Frau sage, wird die pampig. Aber das ist ja keine Meinung, das ist ja Fakt, dass Panade pampig wird, wenn man da Flüssigkeit drüber kippt. Das ist ja nichts, was diskutiert wird an deine Klimagegnerin, Klimawandel-leugnende Frau. Chemtrail-Frau. Wenn du ein Brötchen in Wasser legst, wird das auch weich. Vielleicht magst du das, ich persönlich mag es nicht. Sie behauptet aber, dass das gut schmeckt und versaut meine von mir gemachten Wiener Schnitzel. Dann kriegt die Frau halt keine Schnitzel mehr. Da ist ja so als hetzende Frau, die Ketchup auf Sushi macht. Nicht mit meinem Sushi. Und nicht mit meinem Wiener Schnitzel. Dann weint das Weib. Dann soll sie Pommes essen oder was weiß ich was. Mit ihrer komischen braunen Soße. Da wird die Österreicher Ketchup auf die Pippen. Pizza rot-weiß oder was? Doch nicht auf die Pizza. Da tunkt man den Rand rein. Der ist doch sonst zu trocken. Ihr wollt mich heute aggressiv machen, oder? Pizza-Rand mit Ketchup. Und dann am besten noch nicht mal richtigen Ketchup, sondern diese klebrig süßen. Süße Gewürz-Ketchup-Masse in diesen rot-braunen Flaschen mit dem grünen Deckel. Dieses ultra-fiese Zeug, das es immer beim Grillen im Sportverein gibt. Das ist der beste Catcher. Boah, ihr seid so widerlich alle. Boah. Wait. Den kann man zu allem essen? Bist du wahnsinnig? Zu Bratwürsten kannst du den essen, okay. Punkt. Ich glaube ich würde lieber Pizza mit Senfsoße essen als mit Gewürzketchup. Ich glaube nicht. Bad Brust und Ketchup, das machen nur kulinarische. Der blöde Schwein. Fülle den Rand mit Käse und schon ist der nicht mehr trocken. Stimmt. Barbecue-Soße als Alternative zur Tomaten-Soße. Naja, wenn das was da drauf ist, Barbecue, also zu Barbecue-Soße passt, okay. So, diese ganzen komischen American-Pizza-Varianten. Ob die einem dann gefallen, ist eine andere Frage. Hallo. Guybrush, äh, Guybrush, danke für den Sub. Mit Käse gefüllter Pizza-Rand und dann in Curry-Catch. Ach, alter Vater, ey. Dann beschwer dich nochmal, dass deine Frau Schnitzel mit brauner Soße isst. Du hast jedes Recht verwirkt, dich darüber zu beschweren, Curry-Ketchup-Pizza-Rand. Meine Lieblings-Pizza-Variante ist Thunfisch, Salami, Zwiebeln, Zwiebeln und Spinat. Alternativ, einfach nur Thunfisch und Salami. Hawaii, aber da ist süß drauf. Hawaii würde halt besser schmecken ohne Ananas. Keinen Schinken oder Bacon. Ah, jetzt wo du es sagst. Eigentlich kann da auch noch Bacon drauf, ne? Quattro-Formaci mit Zwiebeln. Da ist aber kein Fleisch drauf. Quattro-Formaci mit Zwiebeln und Bacon. Okay, aber du bist ja auch der, der der Pizza-Rand in Curry-Ketchup taucht und sich dann beschwert, dass die Frau Wiener Schnitzel mit brauner Soße isst. Ananas gehört sich nicht auf Pizza. Das ist genau wie Leute, die immer unendlich viele Apfelstücke in so einen gemischten Salat reinschneiden. Und dann isst du so einen herzhaften Salat, der ansonsten lecker ist und beißt plötzlich auf so ein Stück Apfel. Das ist halt... Apfel im Salat ist halt wie Rosinen auf eine Pizza. Wer macht denn sowas? Gibt einen Salat, in den Apfel gehört. Das ist Obstsalat. Lohnt es sich, gedörrte Makrelenstreifen zu verkaufen? Ich glaube nicht. Die kosten auch nur 20 Silber oder so. Also immer Haar zu verkaufen. Zu Vendorn vielleicht. Der kleine Hund bellt im Schlaf. Der kleine Hund bellt im Schlaf. Wer Ananas auf Pizza macht, gehört dem Gericht. Ich bin eigentlich gegen die Todesstrafe, aber Ananas auf Pizza, da gerate ich ins Wanken. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Oh, ich muss ans Telefon gehen. 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 Ich höre schon drauf und es passt. Es passt geometrisch, weil in den anderen Scheiben ein Loch ist. Geschmacklich ist das fies und nur weil es geometrisch passt, müssen wir das noch lange nicht machen. So, jetzt können wir auch anfangen Hackbällchen und Donuts zu stopfen und das Loch damit zu füllen. Das ist alles ist alles kein Argument hier, ihr widerlichen kleinen Mistfinken. Und dann geht's mal. 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 Ja, das war's. Du brauchst Modrechte. Warum hast du eigentlich nicht mal Modrechte? Schnitzel belegt mit Ananas, mit Käse überbacken und in die Vertiefung mit Preiselbeeren auf. Entschuldigung. Preis... Schnitzel. Ich habe kein Obst- oder Gemüseproblem. Ich muss das nur nicht in Dinge reinstopfen, die es nicht reingehört. Du isst ja auch nicht Nutella mit Rettich. Ich habe kein Obst- oder Gemüselement. Und jetzt soll ich das mal sehen. Ich gebe den Türen. Ich gebe二 und Schuhe, den Türen. Ich gebe dir einen Türen. Im Film empfohlen. Im Film. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer behauptet denn, dass ich frei rumlaufen darf? Süß und salzig ist grundsätzlich, ja, kann funktionieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Gemüse macht Männern Angst, nein, ist gerne auch Gemüse. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwiebelmett schon? Hallo? 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 Lass die Zwiebeln bloß weg. Ja, 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 isst du mal dein Ananas, Matt, mit Cocktailkirschen. Grundsätzlich schmeckt alles gut, wenn man das mit dem Käse überbackt. Kotze nicht. Kotze nicht. Obwohl, ich hab's nicht probiert. Und das mit dem ... Was ist das? Das tun's gut. Was ist deine 3 Heimann? Ich sage, ich bin, da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sein WoW läuft wieder normal, hat es vorher gehumpelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Sportlerin, die dabei ist, ist krank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich die Lateran Potions nie loswerde. Egal Hättest du mal bei Kramni angefragt, der hat Zeit. Oder Roger Schmidt Ich habe mir schon gedacht, bei den Leverkusen-Spielern, als sie in der letzten Minute, also in der letzten Minute der Nachspielzeit den Elfer bekommen haben. Mensch, hat der jetzt echt, der Korkut das Glück, dass die sich da jetzt einen Sieg erlacken? Aber war ja nicht Ob ich schon mal Surf & Turf gegessen habe? Roger Schmidt ist nicht in Bielefeld, woher willst du das wissen? Spionierst du, bestalkst du Roger Schmidt? Roger ist eigentlich auch ein ganz schön doofer Name, oder? Warum nicht Roger? Roger Logta-Roga Logta-Roga Boah, ich glaube, ich habe gerade vier Versuche gebraucht, um das Wort Seeigelrogen zu lesen. Ich meine Roggen. Ich meine Roggen. Oh, ich meine Roggen. Oh, ich meine Roggen. Lohnt es sich Fische und Erze zu verkaufen? Denkt mir immer, es ist viel Arbeit, aber mit wenig Vergütung. Kommt immer auf die Preise an, ne? Die Dinger stacken halt auf 200. Und das ist grundsätzlich mal sehr, sehr gut. Und viele Erze sind auch ganz schön teuer. Und da? Und da? Und da? Der OPS-Typ soll deine Pushen vorbeibringen. Ich wette, der wird irgendwie einen Zettel schreiben, dass keiner anwesend war. Bei uns macht das OPS ständig. Aber DHL auch, wenn die keinen Bock haben. Dann sagen, die konnte nicht ausgeliefert werden, obwohl hundertprozentig jemand da war zu dem Zeitpunkt. Zertifiziere Und dann machen Sie das OPS-Typ. Wenn die sagen, du warst nicht da, dann warst du nicht da. Okay. Schrödingers Paketbote. Ich war anwesend und nicht anwesend. Ich war 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 anwesend. Oh, UPS war gerade da. Das heißt, du hast jetzt die Puschen. Ich hoffe, du trägst sie bereits. Fisch zu farmen ist ja nicht schwer mit der Legendary Angel, aber welchen Fisch und Erze bringt Teufelschiefer am meisten. Ich farme die Sachen ja nicht selber. Ich kaufe und verkaufe die ja nur. Jupp, sind Anne Füße dran. Apropos Anne Füße. Wer übernimmt nachher nach mir? Ist das Anne? Mal kurz nachgucken. Anne mit Woff. Ich war anwesend. Ich war anwesend. Nummer kleine hätte wohl auch gepasst. Ja, aber besser so, als wenn sie nur mal zu klein sind. Ich war anwesend. Genau, und vielleicht wächst du auch noch rein. Das ist mit 25 sehr wahrscheinlich. Da hast du aber kleine Füße. Ich bin mir schon. Ich bin mir schon. Aber das ist, wenn deine Füße ist. Und ich bin mir schon. Noch sechs Minuten bis Liduhr. 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 Ich überlege gerade, ob ich jetzt kurz mir einen Kaffee mache und mit dem kleinen Hund rausgehe. Nicht, dass sie während des Kaffeemachens aufsteht. Wie fandest du eigentlich, dass ich dich an das beste Manager-Game der Welt erinnert habe? Oder ist das nur für den Stream ein... Hä, was, was, wieso? Ich glaube, ich gehe mal kurz mit dem kleinen Hund raus. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rhi, ich frage mich gerade, wo dieses kleine Guild Newsfeed Fenster herkommt. Wie heißt du? Ich habe immer noch keine Ahnung, wo es herkommt. CLGFS3. ConsLegion. Okay, warum hat das ein Guilden Newsfeed Fenster? Okay. 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 Um wie viel ist NHHC schwerer verglichen mit NHC? In circa. In circa? 9,4 circa. 30% Null, wenn du spielen kannst. Hä? Das macht keinen Sinn. Das ist so wie zu sagen, um wie viel ist eine 1 Meter Hürde höher als eine 50 cm Hürde? Null, wenn du springen kannst. Ich war ehrlich gesagt NHC noch nie drin. Und HC war eigentlich nicht produktiv. Der Chat hat zu viel Ananas-Pizza gegessen. Das glaube ich aber auch hier, ey. Wir müssen irgendwie nur so einen Fake-Gesundheits-Tierschutz-Veganer-Blog aufmachen. Und über Schwermetalle in Ananas sprechen. Dann nimmt das vielleicht mal ein Ende. Ja, wusstet ihr denn nicht, dass Ananas total viel Schwermetalle enthält? Da steigt die Schwermetallbelastung bei drei Scheiben Ananas. Um neun Anströmen pro Woche. Oh Gott. Das ist das Vierfache vom Richtwert der OSZE. Oh Gott. Jetzt nie wieder sofort auf Facebook teilen. Ob ich das Bufffood selber gemacht habe? Ne. Ich habe es gekauft. Guck doch im Dungeon-Gesund. Kompendium nach, um wie viel die Skills mehr Damage machen. Zwischen HC und Normal. Irgendwo wird sich bestimmt auch die Info finden, wie viel mehr HP die Bosse haben im HC als Normal. Und dann leitest du ab, um wie viel das schwerer ist. Die Mechanik müssten ja dieselben sein. Und dann leitest du ab, um wie viel das Schilddorf zu sehen. Und dann leitest du ab, um wie viel mehr davon auszurren. Und dann leitest du ab, um wie viel mehr dauerlust. Mehr Menschen sterben durch Ananas als durch Haie. Bestimmt sogar. Ob ich Fuba besser fand als Titanpanel? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Fuba hier benutzt habe. Ich finde Titanpanel aber ganz okay. Ich bin Titanpanel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Trinket ist. Aber Glückwunsch, du scheinst dich ja darüber zu freuen. Ich bin Titanpanel. Man kann ja bei Makros als Modifikator einstellen, ob man in einer Gruppe ist und in was für eine Art von Gruppe. Das habe ich bei einigen Makros gemacht, dass ich halt in einer Fünfergruppe mit der Taste einen anderen Spear benutze als im Raid. Aber ich habe noch nichts Gutes gefunden, was bei mir bei einer Gruppe unterscheidet, ob ich draußen in einer Questing-Gruppe bin oder irgendwo in einer Instanz. Man kann Indoors und Outdoors nehmen, aber es gibt leider auch immer wieder Elemente oder Teile von Instanzen, die als Outdoors zählen. Das hilft mir also auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch kein Modifikator. Das ist ein Argument, glaube ich, oder? Das ist ein Argument. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Und ich frage mich, ob man irgendwie, aber das wird nicht gehen, abfragen kann, ob man gerade steht oder sich bewegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht, aber es wäre halt ganz cool, wenn du irgendwas hast. Spell A wird gecastet, wenn ich stehe, Spell B während ich mich bewege, dass man halt einen Instant auf etwas packen kann, wo man sonst halt ein Cast-Time-Spell hat. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das nicht geht. Ich gehe jetzt nicht. Was hat er eigentlich mit diesem Ausspruch Wenger Out auf sich, also Arsene Wenger, Trainer Arsenal Hat er das irgendwann mal gesagt? Ich habe das in letzter Zeit häufiger mal im Fußball-Subradit gelesen und habe es nicht verstanden Welches Sniper-Skript, ich nutze keins Und ich würde auch keins nutzen wollen Wenn, würde ich mir vielleicht selber irgendwann mal einen schreiben Aber Ich nutze keins Mein Partner heißt deshalb Doppelwinze weil es etwas war, das auf meinem Tisch stand als ich einen Namen für meinen Bank-Char gesucht habe Da stand da ein Fläschchen mit Doppelminz Liquid Deswegen heißt der Partner ihn Doppelminzer Die Fans wollen, dass er aufhört Undankbares Pack Wie mache ich das mit dem Rauskaufen? Ich scanne das Aha nur normal Und man, wenn ich Wenn ich snipe, was ich nicht häufig tue Dann nur innerhalb der Gruppen, die ich vorher definiert habe Damit ich halt weiß, dass es auch Items sind, die ich haben will Und nicht ständig irgendwelcher Schrott dort auftaucht Wie hast du die ersten paar Gold gemacht mit dem Char? Oh, auf dem Server habe ich sogar mal irgendwann aktiv gespielt Ich habe einen Server, wo ich nie wirklich aktiv drauf gespielt habe Und da gehen wir jetzt gleich hin Kazak ist das Also dauert noch ein Beispiel, müssen wir da hingehen Weil ich hier noch scannen will Und da habe ich einfach gelevelt Alles, was ich beim Leveln gefunden habe, vertickt Und mit den paar Gold, die ich davon bekommen habe Angefangen, Sachen zu handeln Fortuna verlängert mit Botzeck um zwei Jahre Der ist ja auch schon über 30, oder? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde Fortunas Einkaufs- und Transferpolitik der letzten Jahre Hat irgendwie nichts wirklich Großartiges gebracht Habe ich so immer das Gefühl Und die einzigen Spieler, die irgendwie Leistung gebracht haben Waren fast immer geliehene Spieler, die danach wieder weg waren Wobei natürlich auch klar war, dass man zum Beispiel Jonas von Tarnicht würde halten können Aber ich hatte gehofft, wir könnten Poyanpalo halten Der ist leider wieder in Leverkusen Glaube ich zumindest Und spielt da nahezu nicht Und wenn er spielt, macht er Tore Und trotzdem darf er kaum spielen Habe ich vor, aber das neue Mars-Effekt zu spielen? Gut, dass du das erwähnt hast Ich muss nachher mit Jochen telefonieren Ich würde es liebend gerne spielen Wenn wir ein Muster davon bekommen Wie es jetzt aussieht, bekommen wir aber nur eine Konsolen-Version davon Die Jochen wohl spielen und auch streamen wollte Ich würde es halt dann spielen, wenn ich hier eine PC-Version kriege Botzeck ist 31 Ja, was heißt gut getippt? Wenn man FM spielt, dann hat man den ja auch im Kader Und da hat man ja immer so eine ungefähre Idee Welche Spieler immer auf der Instant-Verkaufen-Liste landen Aber 31, okay, das ist auch noch nicht so super alt Also noch nicht in einem Alter, wo du denken würdest, dass die Leistung deswegen einbricht Oder dass derjenige nach der Saison dann Schluss macht Normalerweise, meistens Es gab auch Leute, die schon mit weniger Jahren auf dem Buckel Schluss gemacht haben Eric Cantona zum Beispiel Oder Uli Hoeneß So oft spielst du mit Fortuna nicht? Nee, aber ich Eigentlich müsste man auch mal ein Spielchen spielen Wo man nicht mit Vereinen besitzen spielt Und dann so lange zu spielen, dass man von seinem Privatvermögen den Verein kaufen kann Denn grundsätzlich kann man in dem Modus, wo man nicht Vereine besitzt, andere Vereine trotzdem kaufen Nur muss man halt erstmal das Geld dafür haben Also ich würde das neue Mass Effect sehr gerne spielen Aber ich hoffe, dass wir ein Muster davon bekommen Also ein Rezensionsexemplar und ich es mir nicht selber kaufen muss Wenn ich es mir selber kaufen muss, weiß ich noch nicht Weil in der Zeit halt auch eine neue Diablo-Saison losgeht Wo das Zuni Massa-Set gebufft ist Und das ist mein Lieblings- Also grundsätzlich mein Lieblings-Set Insofern, dass ich halt die Kombination von Pets mit den kleinen Fetischen total cool finde Das Set selber ist halt mäßig geil von der Benutzung her Der Trigger ist ätzend mit Mana-Spendern Und die Set-Item-Slots sind ätzend Aber egal, ich freue mich trotzdem drauf Botze bringt beständig Leistung Da ist der Recht, dass er bleibt Was spielt der denn jetzt eigentlich? Defensives Mittelfeld oder Innenverteidigung, glaube ich Aber es wäre halt schön, Spieler zu sehen Die schon jetzt das Potenzial für die zweite Liga haben Aber auch noch ein höheres Und die längerfristig in Düsseldorf zu sehen Mich hat es total gestört, dass wir den Christian Ramirez verkauft haben Der war vor zwei Jahren mal da und war Linksverteidiger Und ich fand den super, als ich den gesehen habe in den wenigen Spielen Aber der ist dann erst nach Nürnberg und dann irgendwo anders hingegangen Und ich fand den extrem vielversprechend Aber gut, ich bin auch kein Experte und kein Trainer von Fortuna Am besten im echten Karrieremodus mit neu erstelltem Manager Damit man nur Angebote von Müllvereinen bekommt Das ist auch eine interessante Idee Aber dann kriegst du da sowieso relativ schnell Angebote von guten Vereinen Nehme ich mal an Also die Werte der Vereine explodieren halt in Nullkomman nichts Weil man es halt schafft mit mittelmäßigen Mannschaften aufzusteigen Wenn man sich halt ein bisschen auskennt, wie man so im 3D-Modus spielt und so Und weil die jungen Spieler sich halt so krass entwickeln, auch vom Wert her Du holst halt Spieler für ein paar Tausende, paar Zehn oder Hunderttausende Und die sind nach ein paar Jahren Millionen wert Man darf sich nicht bei EA einloggen, damit man nicht levelt Aber man selber levelt, ist glaube ich gar nicht so wichtig Obwohl dann, keine Ahnung, ob du halt jemals mit Trainer Level 1 ein Bundesliga-Club-Angebot bekommst Aber sonst machst du halt deinen Gurken-Club zu einem Bundesliga-Club Das geht ja auch, also bei Create a Club geht das ja auch Mit jedem der simulierten Länder Champions League zu holen Ja, ich bin halt kein großer Freund davon, so viele Länder zu simulieren Schon allein, weil ich gerne mit der zweiten Mannschaft spiele Und die zweite Mannschaft zu finden in der Übersicht, wo man die 3D-Spiele auswählt Bei 700 simulierten Ligen ist halt nicht so cool Es sei denn natürlich, man hat, wie wir das bei Österreich den Fall hatten Dass die Liga der zweiten Mannschaft an einem anderen Wochentag spielt Ich glaube, du hast eine World Quest zwei verschiedene Relikte bekommen Als World Quest-Belohnung oder einfach eins gedroppt zwischendurch? Ich glaube, du hast eine gute Idee, ich bin halt nicht so cool Ich glaube, du hast eine gute Idee, ich bin halt nicht so cool World Quest Belohnung Okay, das ist ja mal interessant Aber es ist ein Bug, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ein Feature ist Das man für mehrere Specs Loot bekommt Obwohl es eigentlich ganz cool wäre So schlecht wie das Loot ist Gut, man könnte natürlich auch einfach Seine Loot Spezialisierung auf Off-Spec stellen Obwohl das ja bei den Quest Belohnungen Nicht immer was ändert Manchmal schon, aber nicht immer Wie viel Versatility Rating braucht man im Moment Für 1% Versatility? Das ist doch jetzt geändert worden Und zweite Frage Gibt das Dunkelmond-Bufffood Immer noch 1% Versatility? Weil wenn ja, müsste es jetzt noch Umso mehr das stärkste Bufffood für Versatility-Klassen sein Es könnte aber sogar so sein Dass es das stärkste Bufffood für Klassen ist Bei denen Versatility nicht die beste Stat ist Ich lasse jetzt mal die Finger von den Big Game Rips Ich habe so das Gefühl, dass die wieder in so einem Preissturz sind Es gab halt wohl ein paar Farmspots Ich habe irgendwie mal nach Videos gesucht für Farmspots Einfach um Dinge umzuaehen und damit Gold zu machen Und einer davon waren irgendwelche Viecher Die eben Big Game Rips gaben Was halt auch erklärt, warum auf manchen Servern Ich plötzlich 40.000 Big Game Rips kaufen konnte Und der Preis nach unten ging Vermutlich waren etliche Leute genau dieses Video gesehen Und an dem Spot gefarmt haben Das müssten wir auch irgendwann nochmal machen Gucken, ob wir irgendwo interessante Farmspots finden Etwas weniger als 500 Und das höchste Bufffood gibt 3,75 Jo, dann müsste dieses komische Lemon Herb irgendwie Zeug Fisch Müsste tatsächlich das beste Bufffood sein Für Versatility Klassen Wenn es immer noch einen Prozentpunkt gibt Auf Level 110 Das letzte Mal, als ich getestet habe, hat es das getan Das letzte Mal, als ich getestet habe, hat es das getan Das letzte Mal, als ich getestet habe, hat es das getan Du hast heute nach dreieinhalb Wochen deinen ersten freien Abend Nach dreieinhalb, dreieinhalb Wochen ohne einen freien Abend Was zur Hölle machst du denn? Im Treppenhaus schreit ein Kind rum Kellnerlehre Österreich Hauptsaison Im Skigebiet Oder wo ist jetzt zur Zeit gerade Hauptsaison gewesen? Ende Februar, Anfang März Aber das ist dann legal Leute fast vier Wochen jeden Tag arbeiten zu lassen Ach, Familienbetrieb, okay Musik Sprecher Musik Sprecher Musik 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 Sprecher Hm 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 hm. Gibt die nicht sowas wie Arbeitsschutzrecht da unten? Die haben nicht mal Matt dort. Denkst du, Blizzard traut sich nach WoW an ein weiteres MMO? Ich hoffe es. Was machen wir sonst, wenn Blizzard irgendwann mal die Server abschaltet? Oder einfach sagt, wir machen jetzt keinen neuen Content mehr und die Server laufen noch für x Jahre. Und die essen Pizza-Rand mit Curry-Ketchup, ja. Was für Wilde sind das eigentlich, die dort leben? Wie kann ich mit dir helfen? Blizz kann dabei nur verlieren mit einem neuen MMO, das glaube ich nicht. Und ich glaube so ziemlich alle haben damals gesagt, als WoW rauskam, dass Blizzard mit WoW nur verlieren kann. Vor allen Dingen, weil Blizzard zwar nicht selber, aber andere Hersteller im Bereich, obwohl im Bereich Free2Play allgemein hat Blizzard ja auch Erfahrungen gesammelt. Aber in der Zeit, wo WoW raus ist, sind ja alle möglichen Modelle, die nicht ein monatliches Bezahlsystem hatten, auch auf den Markt gekommen. Und letztlich hat WoW ja auch kein echtes mehr. Du musst nicht zwingend monatlich Geld bezahlen. Du kannst es auch mit Gold bezahlen. Die Frage, ob du es dann faktisch tatsächlich kannst und ob du genug Gold hast, ist wiederum eine andere, aber es gibt Möglichkeiten, WoW zu spielen, ohne dafür Echtgeld zu bezahlen. Und was ja noch viel geiler ist, halt über Battle.net Guthaben andere Blizzard-Spiele zu kaufen, ohne Echtgeld zu bezahlen. Wobei wir bis auf Ach Quatsch. Wo mir bei mir bis auf Diablo nicht viele einfallen, für die ich Echtgeld ausgeben wollen würde. Wie man kostenlos Echtgeld bekommt, das weiß ich nicht, aber wie man kostenlos WoW spielen kann, halt über Gold. Beziehungsweise, wie man sich kostenlos Dinge kaufen kann, die normalerweise Geld kosten, sofern sie vom Blizzard produziert werden. Oh shit, auf dem Server hier könnte es uns gut passieren, dass uns gleich das Geld ausgeht, um Sachen ins AHA zu stellen. Das wäre nicht so cool. Wie man kostenlos an Battle.net Guthaben kommt, indem man Battle.net Guthaben Tokens kauft für Gold. Die sind leider relativ teuer im Moment, weil es für Gold im Spiel wenig zu kaufen gibt, was cool ist. Wenn der FC Zeltwick absteigt, schön, dass du geschrieben hast und nicht geschrieben hast, falls, denn es ist vermutlich rechnerisch kaum noch möglich, dass sie nicht absteigen, oder? Dann spielt er in der Sparkassen-Oberliga. Danach käme die Sparkassen-Unterliga, die Sparkassen-Gebietsliga. Die Gebietsliga, das klingt irgendwie auch wie 1933. Und die Sparkassen-Erste-Klasse. Ja. Und die Sparkassen-Erste-Klasse. Und die Sparkassen-Erste-Klasse. Und die Sparkassen-Erste-Klasse. Denkst du eher, dass Warcraft 4 kommt, ehe Blizzard ein neues MMO bringt? Ja, ich glaube auch nicht, dass ein neues MMO in den nächsten 3-4 Jahren ansteht. Aber danach vielleicht. Also es wird mindestens, denke ich mal, noch eine Expansion geben. Vielleicht sogar zwei. Oder noch mehr. Ich meine, Blizzard vaporisiert sowieso gerade alle Rekorde, was die Spielzeit von MMOs betrifft. Also von ernsthaft gespielten MMOs, mit denen Umsatz gemacht wird. Dass es irgendwo bestimmt noch Exoten-MMOs gibt, die länger auf dem Markt sind und noch von irgendwie 17 Leuten gespielt werden, mag sein. Es wird an den nächsten zwei Add-ons bereits gearbeitet. Okay. Wo ist eigentlich hier, wie heißt der? Wyatt Chang? Nee. Also der Typ von Diablo, der zum WoW-Team ist und danach wieder weg vom WoW-Team. Ist der wieder beim Diablo-Team? Das ist aber einmal. Ja. Huh. Wie? Ja. Ma. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR auf einer neuen engine wäre natürlich auch interessant was nicht passieren wird glaube ich aber wer weiß es wäre vermutlich unmengen an arbeit aber viele dinge könnte man vermutlich wenn uns geschickt genug macht auch tatsächlich importieren plus hat braucht die kohle von wo wenig die machen ihr geld mit hartstone und overwatch naja wo war das was es ermöglicht hat dass spiele wie hartstone oder overwatch überhaupt entwickelt werden von daher da ist ja schon eine menge potenzial drin geld zu verdienen ein neuer cataclysm würde den levelgebieten gut tun überhaupt mal überarbeiten von dem ganzen alten content aber was das wäre halt auch eine irrsinnige arbeit ob ich den negro kaufen werde wenn er rauskommt für diablo 3 100 prozent ja auf jeden fall also kaufen und spielen und stream ich hoffe dass er sich auch so ein bisschen pet klassen mäßig spielen lassen wird ob es schon einen preis gibt für das addon für diablo necromancer auch keine ahnung aber ich schätze mal 20 euro und runter vielleicht sogar noch weniger nero kommt zweite hälfte 2017 ja gut wenn der witchdoktor bis dahin wieder spaß macht ich freue mich auf jeden fall den witchdoktor auszutesten mit dem überarbeiteten sunimasa set aber es wäre halt echt der traum gewesen wenn sie den ring ändern auf schultern von mir aus auch die offhand ändern auf schultern irgendwas von denen item slots die man halt nicht trägt kopf handschuhe ring offhand aber dass sie das bei kopf und handschuhe nicht machen war schon relativ klar vielleicht überarbeiten die irgendwann auch mal die gecrafteten sets weil lange zeit früher hat man ja oft mit dem aukelt set gespielt aber das macht man mittlerweile auch nicht mehr was war denn überhaupt aukelt nochmal hand nicht handschuhe schultern auf jeden fall aber was gehörte da noch dazu weiß ich schon gar nicht mehr weiß ich schon gar nicht mehr was ich gerade mache Sachen aus dem briefkasten holen und ihn zerhastellen von mir aus könnten sie ruhig ein neues addon oder mehr dlcs bringen in diablo für guten content zahle ich gerne etwas sehe ich ganz genau so ich würde mir das sehr wünschen wenn es da regelmäßig so ein bisschen dlc die müssen nicht immer direkt expanden sein aber zumindest irgendwie dlc für ein paar euro mir ist es halt lieber alle drei monate keine ahnung 10 oder 15 euro zu zahlen und neuen content zu kriegen als für drei monate keinen content zu kriegen microtransactions truenplätze und so ja warum nicht alles was was denen hilft geld für die entwicklung zu haben ohne dass es notwendigerweise das spielen beeinflusst wo man halt sagen kann naja wenn neue klassen gebracht werden und der dlc der ist ja dann quasi pflicht aber von mir ist auch ein kosmetik schnick schnack weiß auch nicht genau warum sie das in europa nicht machen weil ich sehe da grundsätzlich auch schon so ein einnahmenpotenzial wie bei vielen anderen free to play games und es ist ja nicht mal ein free to play game also das grundspiel kostet ja was aber selbst da glaube ich werden die leute bereit dafür was zu zahlen für microtransactions umso besser wenn es nicht unbedingt pflicht microtransactions sind also dlc wie gesagt für eine neue klasse würde man dann quasi als pflicht ansehen können aber sowas wie thronplätze oder vielleicht ein charakterslot mehr keine ahnung und natürlich kosmetik kram aber naja mal abwarten woran die als nächstes noch arbeiten immerhin machen sie ja neuen content was für diablo 3 abgesehen von kleineren balance änderungen oder vielleicht mal ein set überarbeiten oder so challenge rifts könnten ganz nett werden was sind challenge rifts ist das was was in planung ist und wenn ja wie funktioniert das putzen auf Zeit gegeneinander mit angeglichenem Gier. Soll das kommen? Ich erinnere mich da dunkel an irgendwas. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das was angekündigt wurde oder was nur in den Diabloforen diskutiert wurde. Ich erinnere mich. Blizzards sollte sich mal was von Grinding Gear Games abschneiden. Die bringen jeglichen wirklich sehr guten Content gratis raus. Aber warum? Warum sollte eine Firma, ein börsenorientiertes Unternehmen per se Dinge für lau machen? Irgendwo wollen sie auch Geld verdienen. Vor allem irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, um Sachen zu entwickeln. Entwicklung kostet Geld. Kein Geld haben, heißt meistens keine gute Entwicklung machen können. Wir machen, dass wir das Geld verdienen müssen. Wir machen, dass wir das Geld verdienen müssen. Wir machen viel mehr, wenn wir das Geld verdienen müssen. Wenn es nicht alles verdienen, ist, ist es wirklich einber점. Vielen Dank! Wir werden wir es nicht, weil es nicht so gut ist, Wir brauchen wir das Geld verdienen. Achso, Microtransaction finanziert. Jo, das haben wir ja gerade gesagt, dass es cool wäre, wenn es Microtransactions gäbe, auch in Diablo. Aber ich verstehe nicht, welches Problem Leute damit haben, für Gaming-Inhalte zu zahlen. Also nach dem Motto, ein Spiel muss für mich kostenlos sein und andere sollen es finanzieren. Ich finde es gut, wenn es das auch gibt, aber wo ist das Problem, für ein Spiel Geld zu zahlen? Ja, du zahlst ja auch Geld für die Ananas auf deine Pizza. Sofern die nicht Microtransaction finanziert ist. Nervig finde ich es halt nur wie im Falle von Diablo, wenn es weder Microtransactions gibt, noch Bezahl-Content und einfach kein Content kommt. Obwohl Leute wie ich danach gieren würden und sehr gerne neuen Content hätten. Du willst nicht gezwungen werden, was zu zahlen. Ja gut, aber als Entwickler würde ich nicht unbedingt für dich entwickeln wollen, ausschließlich für Menschen wie dich. Also ja, wenn es sich irgendwo mal anbietet und das ein gutes Modell für mich selber ist, vielleicht. Aber warum sollte ich, wenn ich tolle Programmierer mit geilen Ideen habe, und genügend Leute, die bereit sind, für mein Spiel auch Geld zu bezahlen, warum sollte ich darauf verzichten, nur weil es Leute gibt, die auf Teufel komm raus kein Geld bezahlen wollen und Spiele umsonst haben wollen? Wenn es sich anbietet und super funktioniert, es gibt ja auch bestimmt Spiele, die nur deshalb Erfolg haben, weil sie ein Free-to-Play-Konzept mit Microtransaction hatten. Vermutlich nicht wenige, weil es einfach auch eine Menge Spieler gibt, die kein Geld ausgeben wollen für Spiele. League of Legends ist das beste Beispiel. Ja, das kann gut sein. Ich bin halt in diesem MOBA-Markt nicht so drin, ich kann das nicht beurteilen. Aber es gibt sicherlich viele Spiele, die nur Erfolg hatten, weil sie Free-to-Play waren. Also nicht nur Erfolg hatten, aber deren Grundvoraussetzung, um überhaupt durch die Qualität überzeugen zu können, war, dass es für Lau war und es genügend Leute spielen konnten dadurch. Ich meine, bei ein paar Spielen kann ich verstehen, dass es einen ärgert, wenn man ein Spiel hat, das einem nicht gefällt. Vor allen Dingen, wenn da Spiele sind, über die man wenig herausfinden kann, was bei Diablo ja nicht der Fall ist. Bei Diablo kann man ja sehr viel herausfinden, bevor man es sich kauft. Es gibt andere Spiele, da gibt es vielleicht drei Webseiten, auf denen was zu einem Spiel steht und zwei Gameplay-Videos. Und dann stehst du halt da und fragst dich, gebe ich jetzt dafür Geld aus oder nicht? Das ist doch früher auch oft passiert. Wie oft habe ich ein Game gekauft und dann war das nicht das Richtige? Und das hat mich früher immer geärgert. Einer der Gründe, warum Raubkopien bei Spielern lange Zeit so beliebt waren, war, weil du absolut früher die Katze im Sack gekauft hast. Und das war vor 25 Jahren noch viel, viel schlimmer als heutzutage. Heutzutage kannst du dir wenigstens zu jedem halbwegs wichtigen Spiel überall tonnenweise Gameplay-Videos angucken. Und früher hast du Print-gedruckte Gaming-Magazine gehabt, für die du auch wiederum Geld ausgegeben hast, um mal wenigstens fünf Screenshots zu sehen und die Meinung von einem Typen oder von zweien zu lesen, wie gut er das Spiel fand. Das ist heutzutage schon viel besser. Von daher gilt das Katze im Sack-Thema heute viel weniger. Es gilt weniger, aber es gilt halt immer noch. Und wie gesagt, wenn wir von so AAA-Spielen reden, habe ich viele Informationen. Wenn es um irgendeinen Indie-Titel geht, habe ich, wenn ich Pech habe, irgendwie die Beschreibung und ein Video auf Steam. Und muss mich fragen, gebe ich jetzt dafür 10 Euro oder 20 aus oder wie viel auch immer. Und ist es das wert? Du weißt heute über Main Games so viel, wie du wissen magst. Du weißt halt nicht, ob es Spaß macht zu spielen. Von mir aus dürfte jedes Mainstream-Game so funktionieren, dass man quasi eine Vollversion mit gelocktem Content bekommt, es anspielen kann und dann entscheiden kann, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Ist natürlich nicht immer leicht zu machen. Aber bei einem Story-basierten Game könntest du halt sagen, ja, das erste Kapitel kannst du spielen und wenn du weiterspielen willst, zahlst du halt. Bei anderen Spielen ist es nicht so leicht, beim FIFA oder so, wo es keine Kapitel gibt. Was willst du da als Content locken und was nicht? Genau, wie früher Demos. Sind nicht mehr so üblich, ne? Aber dann hast du halt immer das Risiko, dass die, deine, deine Sperre, deine Bezahlsperre, wie auch immer, vermutlich leicht umgangen werden kann. Wenn die Leute das volle Spiel schon auf der Festplatte haben. Hallo. Obwohl, müssten sie ja nicht zwingend. Danke für den Sub, Kantholz. Vielleicht über Spielzeit, dass du ein Spiel x Stunden spielen kannst und ab da bezahlen musst. Ich bin ja nicht so üblich, wie früher Demos. Du hast früher meistens Demos auf den Printmagazins-CDs gespielt. Ja, kann ich verstehen. Die Einstellung, ich muss alles spielen können. Wenn ich es ganz klar mag, dann zahle ich vielleicht. Also ja, so grundsätzlich finde ich das. Also dann soll man sich grundsätzlich nicht ärgern, wenn es das nicht gibt. Aber die Möglichkeit, jedes Spiel spielen zu können, zumindest mal so weit anspielen zu können, dass ich mir eine Meinung bilden kann, ob mir das gefällt oder nicht, die hätte ich schon gerne. Denn es gibt kein Rückgaberecht. Selbst dann nicht, wenn das Spiel technisch gesehen nicht funktioniert. Und was mich maßlos ärgert, ist, wenn die Systemvoraussetzungen nichts mit der Realität zu tun haben. Und das wird auch viele von euch betreffen, gerade von denen, die nicht so viel Geld haben. Dass sie irgendwo lesen, okay, mein PC reicht locker aus, locker weit über den Minimum-Voraussetzungen. Dann installierst du das Spiel und hast eine Ruckelorgie bei 5 FPS. Dann suchst du stundenlang in den Foren rum und hast dann eine Ruckelorgie bei 7 FPS. Und denkst dir halt auch, schönen Dank dafür, für die Mindestanforderungen. Zusatzinhalte über den Stream-Shop können innerhalb von 14 Tagen abkaufen. Kauftatum zurückerstattet werden, sofern das Hauptspiel nicht länger als 2 Stunden seit dem Kauf gespielt wurde. Und die Zusatzinhalte noch nicht... Also du kannst die ja nicht wirklich zurückgeben. Du kannst die quasi nicht kaufen. Du kannst den Kauf rückgängig machen. Aber wenn du das Spiel schon gespielt hast und danach den Zusatzinhalt kaufst, sehe ich das doch richtig, dass du es schon nicht mehr zurückgeben kannst. Es sei denn, die 2 Stunden ab Kauf, beziehungsweise ab Kauf des Zusatzinhalts und nicht Kauf des Spiels. Und ja, also ich kann das halt verstehen, dass sich Leute dann ärgern. Ich meine, für manche von uns ist es halt so, dass der Kaufpreis eines Spiels nicht wehtut. Also die Zeiten kenne ich auch noch, als ich richtig gut verdient habe. Dann kaufst du dir halt irgendwas für 50 Euro und es gefällt dir nicht besonders oder es läuft nicht vernünftig. Manchmal war der Weg, sich da einfach einen besseren Rechner zu kaufen. Wenn man das Geld dafür auch noch übrig hatte. Aber es gibt halt andere, für die sind die 50 Euro genau das, was sie in einem Monat übrig haben, um nicht auf ein Abendessen zu verzichten. Und wenn du dann ein Spiel hast, was scheiße ist oder scheiße läuft, dann bist du der Gefickte. Und das ist halt nicht cool. Und es gibt andere Dinge, die mich auch maßlos ärgern mit dieser ganzen DRM-Kacke. Als ich Fallout mir damals gekauft habe, ich weiß nicht, ob es 3 oder New Vegas war, habe ich mir einen Tag freigenommen, um das zu spielen. Und die Authentifizierungs- oder Downloadserver, ich weiß es nicht mehr genau, waren halt komplett down die ganze Nacht durch. Und ich konnte es nicht spielen. Es war ein Arbeitstag, der mir verloren gegangen ist. Und der wäre mir als Urlaubstag ausbezahlt worden, hätte ich ihn nicht genommen. Das war richtig Geld, was mich das gekostet hat, dass diese Scheiße nicht funktioniert hat. Und da habe ich mich maßlos geärgert, weil ich mir dachte, okay, vermutlich hätte ich es irgendwo schon längst ziehen können, illegal, und hätte es spielen können. Und dann werde ich halt auch irgendwie Fuchsteufelswild. Bei Steam kauft man ja auch keine Spiele, sondern ein Nutzungsrecht. Das ist halt auch noch so eine Albernheit, ne? Dass die Hersteller einfach mal quasi die Gesetze zu ihrem Spaß ändern können, wie sie möchten. Nein, dir gehört das Spiel ja nicht mehr. Du hast das bedingte, eingeschränkte Nutzungsrecht am Spiel erworben. Was mit meinem ganzen Gold passiert ist, das ist auf einem anderen Server. Also das hier ist nicht der, das ist nicht Thrall. Das hier ist mein Bank-Twing-Server, also einer meiner Bank-Twing-Server. Das hier ist nicht mehr Wandel. Aber da sind die Magsternahiro. Das bin ich immer noch wüchtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie die Crafted BOE Gruppe bei mir läuft, ganz brauchbar wie es scheint. Zumindest hier auf dem Server. Das sind die Verkäufer aus den letzten sieben Tagen. Das sind die Verkäufer aus den letzten sieben Tagen. Vielleicht waren die Boots immer noch billiger als das Obliterum so zu kaufen. Das kann sein. Hey, guter Punkt. Was bringen diese gecrafteten Sachen an Obliterum? Aber vermutlich auch nur so 20 oder so. Die 815er gecrafteten Boots. Aber ja, kann durchaus sein. Dass jemand einfach die Dinger nur gekauft hat, um sie zur Obliterum zu machen. Was ja dann jetzt der Punkt war, oder der Grund war, warum die Healpots nicht wirklich günstig wurden. Weil die immer noch eine gute Quelle für Obliterum waren. Aber was wir noch nicht mit drin haben in der Gruppe sind die Trinkets. Wobei ich nicht weiß, ob die häufig günstig zu haben sind. Bei den anderen Sachen ist es ja einfach oft so, dass den Leuten der Referenzpreis pehlt. Weil dann musst du halt gerade mal die Demon Steel Boots of the Aurora im Aha finden. Und ansonsten stellen sie die vielleicht einfach zu günstig rein. Oder umgekehrt, dass gerade keine davon da sind und du deswegen deins teurer verkaufen kannst. Aber die Trinkets gibt es ja nur in einer Version. Und von daher ist es dann vermutlich unwahrscheinlich, dass die sehr häufig im Preis niedrig reingestellt werden. Die sind noch nicht in der Gruppe drin. Könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Wobei ich auch nicht weiß, welche davon noch genutzt werden. Es gibt das Crit Trinket. Das ist glaube ich sehr selten wirklich gut. Weil es einfach viele andere Trinkets gibt. Für DDS vor allen Dingen, die ähnliche Effekte haben. Und Stat-Sticks für Nicht-Idees, die ähnliche Effekte haben. Von daher glaube ich nicht, dass das besonders gut geht, das Crit Trinket. Dann gibt es das Mana Trinket. Das ist ziemlich gut. Weil es wenig gute Mana Trinkets gibt. Für Heiler. Und die anderen kenne ich noch nicht mal. Vermutlich gibt es auch wieder irgendein scherbiges Tank Trinket. Ja. Und das gibt es auch wieder. Ich gehe schon ins Voice, vielleicht kommt die Anne gleich wieder vorbei. Und erschreckt mich wieder, weil ich nicht aufgepasst habe, dass sie ins Voice gekommen ist. Das Kartenset ist für Palas in der Bissliste weit oben. Okay. Ich weiß nur, dass es in der Vergangenheit häufiger mal relativ miese Tanktrinkets gab. Kann man bei TSM den Referenzpreis aus den Muts generieren lassen? Nur dann, wenn du den Gegenstand selber craften kannst. Sonst weiß TSM nicht, was man an Mats braucht. Obwohl du in der Theorie für ein Item den Preis per Hand einstellen könntest, als Vielfaches der Preise von einzelnen Gegenständen. Dann musst du aber wissen, woraus das gecraftet wird. Und musst das selber per Hand einstellen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Haben wir noch genügend Zeit? Wenn die eine Quest, die wir noch abgeben oder abholen wollten auf dem anderen Server, auf Thrall, sowieso die Questreihe beendet, dann ist es auch nicht so wichtig. Also du kannst bei TSM zum Beispiel einstellen, das... Moment, kannst du das einstellen? Doch, ich habe das gemacht bei Gruppen. Dann musst du aber unter Umständen die Gegenstände einzeln in der Gruppe oder Untergruppe haben. Ich habe das gemacht bei Karten, bei den Karten für die Dunkelmond-Trinkets. Habe ich den Preis eingestellt als per Default ein Achtel des Trinket-Preises. Weil man acht Karten dafür braucht. Und habe dann halt wieder ein Prozentwert davon genommen. Das ist umständlich. Und geht, glaube ich, nur gruppen- oder untergruppenbasiert, aber nicht gegenstandsbasiert. In der Form, wenn du zum Beispiel für Shopping haben möchtest. Kann trotzdem sein, dass sich das gewaltig lohnt. Das machen sehr wenige, sich so eine Mühe zu machen. Die meisten importieren nur von irgendwo irgendwelche Preis-Strings, die irgendwer anderes geschrieben hat. Das machen sehr wenige, sich so eine Mühe zu machen. Das kann natürlich dann interessant sein, wenn man Dinge kauft, die andere in großen Mengen craften. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang mit diesen Pigmenten oder wie die Dinger heißen vom Inschriftler gehandelt. Hatte aber überhaupt keine Idee, in welchem Verhältnis die zum Produktionskosten stehen. Weil die üblicherweise etwas sind, was nicht häufig im AHA gehandelt wird zu vernünftigen Preisen. Denn nur Inschriftler brauchen die Dinger. Aber auch nur Inschriftler können die herstellen. Und dementsprechend gibt es wenige, die sich das im AHA kaufen. Die meisten stellen die halt einfach selber her oder haben welche auf Lager, die sie sich selber hergestellt haben. Das gleiche gilt ein Stück weit auch für zum Beispiel Imbued Silkweave. Es wird nur von Schneidern benutzt, aber auch nur von Schneidern hergestellt. Ich handel mit denen, also mit diesem Imbued Silkweave vor allen Dingen deshalb, weil ich auf Thrall halt selber Schneider bin. Und wenn ich die halt günstig kaufe und sehe, die sind günstiger zu kaufen, als sie hergestellt werden, dann mache ich das eben. Und manchmal verkauft man sie auch. Manchmal gibt es einfach Leute, die keinen Bock haben, die selber herzustellen oder sich den Stoff und den Staub zu kaufen. Und dann kaufen die halt auch mal Imbued Silkweave. Die Taschen sind eigentlich immer noch ziemlich teuer. Ich habe das Rezept gestern erst bekommen. Keine Ahnung, warum erst so spät. Für die 30-Slot-Tasche aus Legion. Aber die kostet dann Herstellungskosten, also an Herstellungskosten ist die bei 5,5k oder so bei mir auf dem Server. Und die Hexweavebacks sind halt nicht mal halb so teuer oder vielleicht gerade mal halb so teuer. Aber von denen kann man ja leider nicht unendlich viele herstellen. Da ist man immer durch Daily Cooldown. Gebunden. Ich glaube Anne ist gerade ingame online gekommen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kommt sie auch hier gleich ins Voice. Ich würde es mal annehmen, weil sie bestimmt kurz nachguckt. Ob ich noch am Steinen bin. Was ich gerade mache, ist aber auch doof. Ich muss eigentlich gar nicht das ganze Aha scannen. Das reicht mir glaube ich aus, wenn ich nur die beiden Gruppen scanne. Also ich scanne eh nicht das ganze Aha, aber die anderen Gruppen halt noch mit. Der Daily CD hält aber auch die Preise recht stabil. Die werden auch so stabil, weil kaum einer die Matz farmt, die man dafür braucht. Und die Matz delimitierende Faktor sind nicht der Daily CD. Und würde der CD wegfallen, hast du recht. Dann werden die Preise glaube ich kurzzeitig sinken und danach in die Höhe schnellen. Aber die Preise sind auch so relativ hoch. Auch für die Matz die Preise sind relativ hoch. Das Sumptuous Fir, was man dafür braucht, kostet 6 Gold bei uns auf dem Server. 6 oder 7. Nicht nur auf dem Server, glaube ich sogar regionsweit so hoch. Ich müsste echt mal ausrechnen, wie viel mich eigentlich das Herstellen von so einer Tasche kostet. Und ob sich das überhaupt lohnt, das zu machen. Ich glaube es lohnt sich knapp, aber viel Gewinn ist da nicht drin eigentlich. Wobei halt diese Elementar Erde oder wie das Zeug halt heißt, die ist glaube ich auch relativ günstig verglichen mit dem, wie teuer sie am Anfang des Edons war. Sind denn die Crafted Trinkets eigentlich, also die Darkmoon Trinkets noch beliebt? Oder ist es so leicht, über Worldcrests und Co. an ähnlich Gute zu kommen, dass die keiner mehr kauft? Na gut, die Worldcrests gehen immer noch nur bis 8.40 oder 8.45. Mit 7.2 kommt eine Aufwertung von den gecrafteten Sachen auf 8.75. Ich weiß nur nicht, ob das direkt mit 7.2 kommt oder erst, wenn Tomb of Zagoras freigeschaltet wird. Aber man wird sie halt wieder aufwerten können. Wenn das direkt mit 7.2 käme, wäre das ziemlich cool. Dann nimmst du gerne das Druid Heal mit, der du enormen Mana sparst. Ja, es ist halt vor allen Dingen für die Heal Specs gut, die billige Spells benutzen. Weil es einfach prozentual eine Menge Mana spart. Bei denen die teure Heal Spells benutzen, ist es nicht so der Kracher. Die letzte Aufwertung kam auch direkt mit 7.1. Mit 7.1 sind wir nochmal mit 7.15. Das erste war ja auf 8.55 und dann auf 8.65. Dadurch gewinnen dann natürlich auch die BOEs wieder an Wert. Weil die Wertigkeit von denen sinkt natürlich, je länger der Content draußen ist. Weil umso mehr Leute halt Normal, HC und so weiter clear haben und bessere andere Quellen von Equipment. Der Main Heal Spell kostet nur 22k Mana. Ich glaube, das Trinket dürfte so um die 1400 oder so im Mittel zurückgeben. Ich weiß jetzt die genauen Werte nicht. Ich glaube, die Obergrenze ist 2200 irgendwas. Ja, so 13.1400 ohne den Dreh muss es zurückgeben. Das wären 7% Mana sparen für den Main Heal. Das ist schon cool. Zumal es halt so wenig Quellen für Mana sonst gibt. 561 bis 2205. 2.205. Was ist das? 2.766. Ja, also ungefähr 1400. Deine wöchentliche Lieblingsaufgabe ist Dragon Soul Farmen. Wow. Viel Spaß. Ich denke mal, für die meisten von uns ist Dragon Soul der Best Rate aller Zeiten gewesen. Von daher schön, dass du die nicht jede Woche farmen kannst. Knapp 2 Millionen haben wir hier im AH. Die meisten anderen Trinkets, die Mana geben, zwingen sich dann so ein Mist wie 10 Sekunden stehen bleiben oder einen Spell zu casten. Der Müll ist über zwei Trinkets, die genau diese Mechanik haben, habe ich mich heute schon aufgeregt. Über das eine aus Emerald Nightmare, mit dem 10 Sekunden stehen bleiben und nichts tun vor allen Dingen noch dazu. Und über das aus Nighthold, wo ich halt nicht richtig gelesen habe, dass es bei mir nur den Spell Heal betrifft, den ich nie verdammt nochmal benutze. Ich möchte ein Sokratar Trinket wieder haben. Am besten irgendwie Mythic hochgeprockt. Das aus Black Recault für den Priest findest du aber gut. Och Gott, das Black Recault Ding. Ich würde töten dafür. Ich habe es in 8,40 glaube ich oder 8,45 und es ist trotzdem noch das, dass ich anziehen würde in einem Kampf, wo ich wirklich verzweifelt Mana brauche und viel heilen muss. Das ist halt selbst auf 8,40 besser als andere auf 900 und drüber. Ich glaube, ich muss mal irgendwann einen Abend machen, wo ich den gesamten Stream nötige, Black Recault Keys mit mir zu spielen. Ich glaube, das mache ich mal. Dann wird einen Abend lang nur Black Recault Mythic Plus gespielt. Ob ich drei Leute finde, die da carryen, ist die andere Frage, aber bis ich das Ding in mindestens mal 8,80 habe. Ich weiß gar nicht, wie viel das auf 8,80 an Mana zurückgeben würde. Aber vermutlich über den gesamten Kampf gesehen einmal den Mana Pool oder so. Das aus Chara ist eine gute Alternative. Ja, ja. Das ist vor allen Dingen für Klassen eine gute Alternative, die keine Schwierigkeiten haben, sich regelmäßig zu bewegen, ohne Heilung zu verlieren. Das trifft leider auf den Holy Priest nicht zu. Der hat halt alle Nase lang mal einen GCD, in dem man ein bisschen moven kann. Ob der Stream vor oder nach der Makrelen-Party kommt. Ich bin echt am überlegen, ob ich den Hunter tatsächlich so weit spiele, bis er das Makrelen-Rezept wird. Eigentlich habe ich keine Lust drauf, aber mal gucken. Panas sind immer ganz scharf auf das Trinket. Solange die Panas eine Tank- oder die D-Spec haben, in der sie ordentlich tanken oder Damage machen können. Das könnte natürlich auch gehen, mit anderen Klassen da durchzustampfen und nur Black-Rook-Hole zu farmen, die in ihrer Off-Spec spielen, weil sie das halt auch für die Main-Spec haben wollen. Ob das der Hunter ist, mit dem wir Wochen lang in Tanaris-Piraten geklatscht haben? Ich glaube schon, ja. Ich wüsste nicht, wann ich einen anderen Hunter als Main gespielt habe. Das müsste der dann gewesen sein. Für das wie insane Achievement. Hallo? Um Gottes Willen, Jesus Christus. Hallo, Hanne. Hast du dich erschreckt? Ein wenig. Und dabei habe ich extra eigentlich zwischendurch immer auf Discord geguckt, ob da jemand joint. Aber ich habe halt keine Benachrichtigung dafür, wenn jemand joint und gar nichts. Ja, jetzt bin ich da. Ich wollte mal gucken, was du so machst. Ja, ich überlege, ob ich in den nächsten Wochen irgendwann meinen Jäger soweit level, bis ich das Rezept für Makrelen bekomme. Und mit dem habe ich halt irgendwie 50.000 Makrelen. Ich glaube, es sind über 50.000. Das ist kein Witz mit den 50.000. Ich glaube, es sind sogar mehr als 50.000. Die ich nicht verkauft bekomme seit Wochen. Und die will ich nicht vendoren. Aber wenn man sie verkraftet, dann sind die das zehnfache Wert von den rohen Makrelen. Und dann könnte ich sie vendoren. Das macht dann schon Sinn, ja. Ja. Aber wie weit müsstest du denn leveln? Also das hört sich so an, als wäre es mega viel Aufwand. Naja, der Hunter ist Level 100. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich einfach den Anfang durchgespielt habe, also dieses hol dir das Artefakt, mach den ganz einen anderen Schlittschack, und nach Dalaran zu Nomi kann, müsste ich, glaube ich, eigentlich schon das Rezept lernen können. Und dann müsste ich halt nur... Dann geht das ja relativ zügig. Ja. Müsste halt nur warten, bis ich dann von Nomi das Rezept auf Stufe 3 bekomme. Aber solange ich kein anderes Rezept lerne und solange ich dem Makrelen geben kann, und das stellt kein Problem dar, müsste ich es halt irgendwann kriegen. Dann würde ich sagen, kann man das doch mal angehen, so am Wochenende oder sowas. Ja, vielleicht mache ich das mal. Wir haben ausgerechnet, dass ich, wenn ich auf den Craften-Knopf drücken würde und alle Makrelen im Inventar hätte, etwa 8 Stunden, 8,5 Stunden durchgehend Makrelen craften könnte. Okay, da solltest du dir vielleicht eine andere Beschäftigung zwischendurch nochmal suchen. Warum denn? Dann wird es natürlich länger, aber damit du nicht wahnsinnig wirst. Was klingt daran nicht aufregend, 8,5 Stunden lang Makrelen zu kochen? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so der Makrelen-Fan bin. Es ist jetzt auch nicht so, als ob ich Makrelen-Fan gewesen wäre vorher, Anne. Aber wenn man erstmal im Besitz von 50.000... Jetzt geworden, ja. Ja, dann... Aber man lernt es dann einfach lieben. Richtig. Kann mir jemand sagen, wie ich bei TSM Items in Gruppen einfügen kann, die man nicht besitzt? Du kannst die entweder importieren über die Item-ID. Du kannst sie im Aha oder sonst irgendwo anklicken und darüber importieren. Wenn es um größere Mengen geht, die du importieren willst, dann würde ich, glaube ich, den Groupmaker benutzen auf der TSM-Website und diese Items halt in der Liste mir auf WoW-Head oder so anzeigen lassen. Und mal, Raudun hat dir noch mehr Makrelen gegeben. Hat der? Oh Gott. Danke, Raudun. Das würde sich nicht so richtig dankbar an. Kriegt man die dann so viel, dass ihr so viele davon rumliegen habt? Ja, hast du jemals geangelt? Wie viel längere Zeit? Nein. Okay. Beim Angeln ist es fast in allen Gebieten immer so gewesen in der Vergangenheit, dass es irgendwo eine Fischsorte gab, die halt was wert war und die man zum Kochen brauchte und eine so eine Beifang-Fischsorte, von der man immer wieder Unmengen bekommen hat, mit denen man aber nichts Vernünftiges kochen konnte. Und das sind dann halt in Legion die Makrelen. Mit denen kannst du halt nichts Vernünftiges kochen, kein Buff-Food oder so. Das ist ja blöd. Richtig. Hast du mal WOTLK gespielt? Dort gab es die Kochmütze, mit der man die Kochgeschwindigkeit versechsfachen kann. Das ist mittlerweile ein Toy. Okay, das ist schon mal interessant zu wissen, dass es ein Toy ist. Das Problem ist, man braucht die Kochmarken dafür, ne? Und viele. Man kann, glaube ich, drei Marken pro Tag bekommen und ich glaube, man braucht 100 oder so dafür. Und da habe ich mir immer gedacht, wozu sollte ich das machen? Das dauert doch, also die ganze Scheiß-Quest so oft zu machen. Rechtfertigt doch den Aufwand nie. So viel kochst du doch im Leben nicht. Das war vor den Makrelen. Silbermakrele. Natürlich. Fischauswahl mit Körnerkruste. 365 Vielseitigkeit. Oh, man braucht die tatsächlich für irgendwas. Okay, dann ist es ja vermutlich der am wenigsten genutzte Fisch. Ja, 100 Marken. Also würde ich über einen Monat brauchen, wenn ich jeden Tag jetzt diese blöde Kochquest mache. Und die Kochquests waren ganz schön nervig. Sind das die täglichen? Ja. Beim Kochen, wo es dann hieß, im Sturmwind geh mal durch die Kanäle und sammle mir das und das ein? Ja, ja, genau. Okay. Okay. Wenn du nicht anfängst, dauert es noch länger. Ja, aber das setzt voraus, dass ich diese Kochmütze überhaupt haben will. Wer weiß, was das nächste Add-on bringt. Und dann denkst du dir, Gott sei Dank habe ich eine Kochmütze. Wenn du den einholst. Vielleicht. Oder du denkst dir dann, ach je, hätte ich das bloß vorgemacht. Hätte ich auf den Chat gehört. Und mir die Kochmütze geholt. Mhm. Okay, Anne. Ich bin fertig soweit. Wenn du möchtest. Bist du bereit, um uns zu schalten? Muss ich aufs Dashboard wechseln. Das ist jetzt immer so eine blöde Benachrichtigung. Twitch-Benachrichtigung. Geh weg. Ich will doch hier nur... Hier. Nein, immer noch nicht. Ah, da. Okay, dann füge ich da schon mal... Anne... Anne Allianz. Schreibt man das überhaupt so? Ich glaube, ja. Was, Anne oder Allianz? Allianz. Allianz. Das sieht jetzt so komisch aus. Man schreibt das so selten aus. Oh, wo du noch hier bist, dann erzähle ich das jetzt schon mal sonst. Ja. Wir haben jetzt für unseren Twitch-Kanal dieses Cheering angemacht. Haben wir? Ja. Wo sehe ich denn, wenn gecheert wird? Das sieht man dann im Chat. Okay. Dann steht da das Symbol von diesen Bits. Das sieht aus wie kleine Kristalle. Und die sammeln dann Cheers. Und irgendwann, wenn sie genug haben, steht das vor ihrem Namen auch als neues Zeichen. Ich habe mich schon gefragt, ob wir nicht so einen Chat-Währungs-Bot brauchen. Und dann können wir tolle Sachen verlosen. Gerne. Nee, ich glaube, wir waren gemeinhin, also in der Mehrheit dafür, dass so Chat-Währungen eher nicht so cool sind. Haben da nur Leute dann die Vorteile, die auch viel schreiben? Ja, und anwesend sind oder so. Ich glaube, man kann das irgendwie, oh Gott, viel schreiben. Das wäre ja noch schöner. Dann spammen uns halt alle zu, um halt solche Marken zu bekommen. Guck mal, der Raudun möchte schon eine Währung haben für den Chat. Ja, Makrelen wird hier vorgeschlagen. Das ist eine gute Idee. Und die Makrelen gibt es als Gewinn auf jeden Fall. Das ist auch eine gute Idee. Ja, halt alle schmeißen Makrelen rein. Und der Gewinner kriegt dann alle Makrelen raus. Von diesen Makrelen kann man ja nie genug haben. Glaubt mir. Auf Blackrock bin ich froh, dass ich davon 50.000, 53.000, danke Raudun, habe. Oder wer war das, Cloveleaf? Einer von den beiden kleinen Kackspraßen. Ich glaube, Raudun. Raudun hat sie dir geschickt. Oder es gibt irgendwie einen Besuch beim Arminia-Bielefeld-Spiel zu gewinnen. Den wollte Raudun heute verschenken, aber hat keine Abnehmer gefunden. Die waren alle zu Schicht, aber ich habe gesagt, das kann ich doch nicht annehmen. Ach, juhu, eine Karte für Arminia-Bielefeld gegen Kaiserslautern. Danke. Nice. So. Anne, wenn du möchtest, kannst du übernehmen. Ich werde meine kleinen Hunde auch... Ich wäre soweit. Jetzt sind die Leute ganz traurig, dass es manchmal um Makrelen geht. Ihr dürft euch natürlich weiterhin gerne im Chat über Makrelen und Reisen. Anne, nichts hindert dich daran, einen Charakter zu nehmen, der bei dir Level 100 und höher ist. Und einfach mal so einen Makrelen-Angeltag zu machen. Vorzugsweise auf Blackrock, dann kann ich die verkochen. Ich habe auf Blackrock... Habe ich auf Blackrock? Das muss ich jetzt gucken. Keinen Charakter? Noch keinen? Ich habe bestimmt meinen angefangen und dann dachte ich, ich mache mir da einen Charakter. Da ist ja dieser Georg, von dem alle reden. Ja. Und dann bin ich aber doch nicht drüber gekommen. Nee, ich habe nicht. Ich habe auch Mithrilorden und Malfurion. Da sind ja meine vielen. Dann habe ich halt auf Zirkel des Canarios, weil ich da damals angefangen habe, habe ich auf Trall und Alleria je ein. Das hilft uns gerade nicht. Also auf Trall bin ich mit meinem Maincharakter, aber die Makrelen sind auf Blackrock. Das hast du ja ungünstig gemacht. Das klingt auch wie so ein Codewort, oder? Der Atem ist gelandet, die Makrelen sind auf Blackrock. Das ist wirklich schön. So. Anne. Ja. Ich werde jetzt übergeben an dich. Das heißt, der Stream wird kurz aus sein und dann wird er von Anne gehijackt. Okay. Macht's gut in den Gäuden. Mal gucken, wie schnell es diesmal geht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.